Nun denn meine lieben Freunde, wir haben Burger, wir haben Chat, wir haben Fast-Ostern und wir haben Final Fantasy 7 Rebirth und wir haben noch zwei letzte Quests hier. Oh warte, was hab ich gar nicht gesehen, warte, das Essen vom Hotchip war an sich nicht so das Problem, hab nur einen kaputten Zahn, oh, warum hast du einen kaputten Zahn? Lass ihn ganz machen. Also hat sich circa die Hälfte vom Chip in meinem Zahn verfangen und musste mit der Zunge nicht, dass da irgendwie, keine Ahnung, dass das dann irgendwann der Nerv frei liegt und dann Ultraschmerzen und so. Am besten mal zumachen lassen. Was mich daran erinnert, dass ich auch mal wieder einen Zahnarzttermin machen muss. Ich habe keine Probleme, aber zur Kontrolle müsste ich auch mal wieder hin. Äh? 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 Eici. Äh? Äh? Äh, da wirds mal Zeit. Zähne sind wichtig, glaube ich. Die willst du nicht missen. Moment, was ist das für ein Auftrag hier? Also ich meine, natürlich gibt's dann, ne, also Theoretisch kannst du dir auch alle rausmachen lassen Und dann kriegst du einfach die dritten Das ist auch gut Aber Muss ja nicht sein So, äh, Cäsar ist Der ist hier im Cosmo Canyon, ja Ich glaub, der ist oben bei den, ähm Bei dem Seminar, denkst du Dann lass ich mich doch am besten mal dahin teleportieren Mit diesem einen Mann Wo ist denn der? Ah, ich glaube das war hier Ah, die Falling Stars haben, die Falling Stars gegeben. Ah, die Falling Stars. Ja, Fun Fact, das ist sowieso, was Final Fantasy so ein bisschen ausmacht, dass du in jedem Spiel eigentlich die gleichen Monster hast. Und auch diese fetten Beschwörungen hast du quasi immer wieder da, aber mit neuem Design. Also die sehen immer so ungefähr gleich aus, aber haben halt immer so ein bisschen neues Design. Nein, das macht dann immer sehr Spaß, weil du halt immer direkt das Gefühl hast, oh ja, cool, hier, alter Bekannter und so. Okay, ich glaube, die sind zufrieden. Hey, ich glaube, die sind zufrieden. Hm? Well, nur was jemand anderes würde. Ich habe nur gefragt, die Stars, um uns aus Gefahr zu beschützen. Genau. Natürlich. Die Gesichter, die du vorhin hast, was das war? Ich weiß nicht was, was du bedeutet. Ich glaube, die Stars zu schütten haben gesagt, dass sie ihre Frieden haben. Noch ein Wunsch? Oh! Shit! Ich habe es geschafft! Sie ist voll, volle Affinity. Mein erster Charakter mit voller Affinity. Und es ist der richtige Charakter sogar. Ab in den Sonnenuntergang reiten, ja. Auf unserem treuen Schokobo. Wir brauchen einen weißen Schokobo. Einen weißen Schokobo, mit dem wir dann in den Sonnenuntergang reiten. So. Genau. Wir haben aber noch zwei Missionen hier übrig. Zwei klitzekleine Missionen mit Kampfrobotern. Ja, siehste. Ich sag ja, man... Erstens gewöhnt man sich an die Schafe so ein bisschen. Und zweitens ist es auch so, dass... Das ist kein Scheiß. Dieses Capsaicin, das löst im Körper halt... Wenn du nicht daran gewöhnt bist, löst es halt natürlich dieses... Dieses Gefühl von Hitze, von Feuer, von Verbrennen aus. Aber wenn du halt daran gewöhnt bist, dann schafft das quasi diese... Diese Glückshormone halt. Und dementsprechend ist das einfach geil. Es ist so... Es ist eine gesunde Art von Sucht, kann man sagen. Und scharfes Zeug ist echt gut. Also das ist auch... Also für den Körper ist das auch sehr gut. Weil... Gerade schwitzen ist ja allgemein so ein bisschen gut. Deswegen gehen Leute ja auch in die Sauna und so. Und ähm... Scharfes Zeug regt auch sehr die Verdauung an. In den Stoffwechsel. Und das kann ja auch nicht schaden. Es gibt bestimmt... Es gibt bestimmt irgendwo so eine schärfe Diät. Wo sie dir irgendwie verklickern. Ja, du musst ganz scharf essen und dann... Krasser Stoffwechsel und dann nimmst du ab. Aber habe ich halt nicht nötig, weil ich sowieso immer scharf esse. Vielleicht bin ich deswegen so drin. Als Chemiker kann man sich pures Kapsaicin bestellen. Ja, es gibt ja auch... Es gibt ja auch dieses... Das nennt sich The Sauce. Man kann sich das auch kaufen. Sogar als Normalsterblicher. Das ist so ein Ding. Das heißt The Sauce. Und das ist im Prinzip pures Kapsaicin. Ähm... Oder Kapsaicin-Extrakt sogar. Ähm... Und das Ding hat 16 Millionen Skowille. Nennt sich The Sauce. Also quasi wie die Quelle auf Englisch. Könnt ihr mal da nach Google, wenn ihr wollt. The Sauce. Aber das Ding ist abartig teuer. Deswegen habe ich es leider noch nie gekauft. Das ist richtig, richtig teuer, das Zeug. So, wo sind denn hier die Ruinen? Da oben? Ah, da oben. Ja, okay. Ja, 16 Millionen. Es ist... Es ist halt wirklich... Es ist halt wirklich... Das pure Kapsaicin. Nix anderes drum rum. Einfach nur... Fucking hot. Hallo ihr drei. Da bin ich wieder. Zeit für unseren Robot. Hier ihr seid. Well, well. Y'all beat us to the punch for once. Not that it mattered. We still can't reach the font. And there's a weird fiend. Got any smart ideas? Huh. Ask and you shall receive. I've prepared an additional AI chip. It should allow you to progress further. Just mind the monsters. Unders. 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 Ja. Sieht aus, als hätte yes defy gefunden, ja. 145 Euro Für so eine kleine Flasche 4900 Euro pro Liter Ja Das klingt nach dem richtigen Zeug Ja Könnt ihr wahrscheinlich verstehen, warum ich das nicht unbedingt so Auf Lager hab So, was haben wir denn hier? Ah Der wechselt seine elementare Affinität Wenn seine TP sinken Wir nehmen hier einfach wieder Die empfohlenen Sachen, weil Wir haben ja letztes Mal schon geguckt Die sind eigentlich ziemlich gut gemacht Chicken Tica Masala Das ist auch sehr lecker Blitzi Feuer Dann kommt hier wahrscheinlich was mit Eis Mal gucken Oh, es ist elementar neutral Was ist das? Das ist voll Äh, was habe ich? Ich habe Feuer, Blitz, Eis, okay. Blitz, okay, perfekt. Ja, das passt perfekt. Dann mache ich direkt noch eine zu. Jetzt hat er die elementare Geschwäche geändert, okay. Jetzt ist er... Was ist er denn? Oh, gar nichts. Ach, das war der Kleine. Ach, der Kleine war das, okay. Der Große hat noch gar nicht geändert. Ich nehme mal an, der ändert wahrscheinlich seine Schwäche, wenn er bei diesem Punkt angelangt ist. So, in seiner Papierleiste. Darts-Training machen? Warte, Real-Life? Du spielst Dart? Das ist ja mal interessant. So, jetzt ist er Eis. Das heißt, Feuer ist jetzt gut gegen ihn. Das ist super, denn ich habe hier schon zwei Feuer. Da brauchen wir Blitzy. Und jetzt geht er zu Blitz und ich haue einfach jetzt alles rein, was ich habe. BAM. Easy win. Get fucked. Klein-Reader. Er kann ja... Ich weiß ja nicht, also. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich muss jetzt noch Golf spielen gehen. Und dann meinen die, er hat irgendwie Mario Golf oder so. Ich gehe heute Tennis spielen. Mario Tennis. Ah, cool, ja. Das klingt lustig. Schönes Bierchen da zu trinken. Das klingt cozy. Das klingt lustig. Das klingt lustig. Das klingt lustig. Die truth ist, ich möchte nur noch machen für euch. Ich bin so auf fühlen wie Dad Wade hier drin ist. Ich... Ich... Für die Liebe von Gott, nicht das wieder. Komm mal, weg mit es. Was von uns gesagt hat? Was das ich? Bigs? Oder war es... Was das... N-Nobody said anything, honest. But you never would. You guys are too nice for that. You really think she's too nice? I'm nice to those who deserve it. See? What did I tell you? Uncle! 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 Seriously, we wouldn't be here without you. Was always down on himself, even though he shouldn't have been. Wedge worked harder than any of us. That's just who he was. Always trying to do better. Yeah. That guy. If only he'd stuck to looking after his cats and enjoying good food. Let's go. Let's go. Genau da, wo wir's erwartet hatten. Genau da. Nee, Quatsch. Oh, nee. Ich nehm's zurück. Das ist ganz anders. Hm. Wait. Wie komm ich denn da überhaupt hin? Hm. Premier League von Dart. Das klingt irgendwie, das klingt ziemlich schwitzig. Ziemlich hardcore. Nee, dann. Klingt auf jeden Fall lustig. Dann wünsch ich schon mal viel Spaß. Was? Jetzt ist die Preisfrage. Wie zum Teufel komme ich da hin? Gibt es hier vielleicht? Gibt es hier einen Weg? Es sieht ja fast so ein bisschen aus, als könnte ich hier vielleicht. Da hoch. Nee, leider nicht. Hm. Vielleicht kann ich ja sogar hinfliegen. Ich probiere mal hinzufliegen. Und zwar ohne Schokobo. Ja gut, es gab ja... Stimmt, es gab die Stelle. Und im Prinzip ist das da... Das ist da drüben. Oh. Was ist denn das für ein Gebäude? Ist das ein Aufzug? Nee. Glaube ich nicht. Wer langt da? Nein. Na? Was geht ab im Saarland? Das ist lustig auf jeden Fall. Das ist ein cooles Hobby. Vielleicht hier irgendwo lang? Feiertage. Jawohl, man. Ostern. Es ostert. Das hier sieht jetzt aber auch nicht aus, als könnte ich hier irgendwo... Wenn es eine Möglichkeit gäbe, wie ich so ein bisschen weiter nach oben kommen würde. Das ist jetzt... Das ist jetzt... Oh. Das ist hier vielleicht irgendwas, was ich machen kann. Weil im Prinzip ist es ja... Im Prinzip ist es in die Richtung. Ich hole mal nochmal den Schokobo. Nicht, dass hier wieder so ein Geheimweg ist, wo ich plötzlich nach oben fliege. Das könnte aber auch... Wisst ihr was? Das könnte sogar ganz unten sein. Vielleicht ist das ja auch schon des Rätsels Lösung. Ja, eventuell ist es unten im Tal. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ice, ice, baby. Sloppy. Woah. Super alt. Let's finish this. Brace yourself. Das ist es. After you. Ich zeige sie. Es ist sicher, dass sie jetzt runterkommen. Ohohoho! Du wunderschönen Tag, Nanaki! Hmm. Es scheint nur zu verabschieden. Oder vielleicht ist es, auf dem Weg zu wundern. Warte. Ist es nur ich? Oder so klingt das wie eine Wege? Ah, ja. Wenn das die König wären, dann vielleicht... Genau, ja. Wir haben nicht einen Moment, um zu verlieren. Wir müssen unsere Arbeit fortsetzen. Du bist frei bis nächste Woche Dienstag, alter. Gönn dir! Ist irgendwas besonderes geplant? Oder... einfach nur mal verdient... verdient chillen die ganze Zeit. Es wirkt, als würde sie etwas fürchten. Das Interessante, Leute. Das Interessante ist... Ähm... Das ist nicht, wo ich gerade hin wollte. Ich glaube, dass die Location, wo wir eigentlich hinwollten, dass die hier oben drüber ist irgendwie. Ich glaube, das ist da oben in diesen Ruinen drin. Und ich glaube, wir können da hochkommen, indem wir... hier rüberfliegen irgendwie. Okay. Und hier vielleicht? Ja, das ist doch richtig genial. Dann, äh... dann dicke Gönnum hier. Hey! Das ist es! Hier, Leute! Perfekt! That's it! That's it! Juhuuu! Genau dahin wollten wir. Das ist doch richtig cool. Jetzt gehen wir den Aufzug hoch. Duuu! Duu! 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 So, was, wenn ich den Aufzug aber nicht nehmen will? Und ich nehme lieber die Treppe. Oh, okay. Chat, seid ihr eher Aufzugfahrer oder eher Treppengehl? Ich hab da manchmal so crazy Ideen und bin dann so voll motiviert und denke mir so... Also gerade, wenn du halt mit mehreren Leuten unterwegs bist und die wollen den Aufzug nehmen, ich mach dann immer so ein Spiel draus und probiere dann mit der Treppe schneller oben zu sein, als die mit dem Aufzug. Und dann warte ich... Weißt du... Dann stelle ich mich da oben so hin, so... Ah! Ah! Auch schon da! Ist das verrückt? Ich glaub schon, ja. Hahaha! Treppe? Da kriegst du gar nicht das Team-Treppe, Alter. Team-Treppe gegen Team Aufzug! 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 Team Aufzug! Team Aufzug! Team Aufzug! Team Aufzug! Ach ja, MP hab ich auch keine mehr. Was hab ich denn überhaupt hier? Skill hab ich. Skill! Das war cool. Da ist sie. Das sieht aus wie die HQ-Squad hier ist. Buh-buh-buh-boh! Hallo Cloud, das hier ist die vierte von den drei anderen Dingen, die du bereits kennst. Und hier gibt es eigentlich nichts Neues zu erzählen, aber ich wollte nur nochmal auf den Bildschirm erscheinen. Ich habe ein letztes Update zu Robo Chat, das sollte dich... Buh-buh-buh-buh-buh! Buh-buh-buh-buh! Buh-buh-buh! So, Gambit-Schlacht fortgeschrittene Aktionen. Du kannst nun fortgeschrittene Aktionen wie Schock oder Boost auswählen. Sie werden allerdings nur unter bestimmten Bedingungen eingesetzt, die du zusätzlich festlegen musst. Oh Gott, okay. Fortgeschrittene Aktionen sind besonders mächtig. Stelle also sicher, dass du sie effektiv programmierst, damit sie zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden. So. Ähm, kann ich einfach wieder so machen? Ja. Warte, was? Ah, okay. 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 Also die Dinger sind anscheinend extrem teuer. Deswegen haben wir jetzt hier mein erster, mein dritter Roboter. Die haben jetzt sehr wenig Moves quasi, sehr wenig Gambits. Ähm, weil der hat halt das Hastfeld plus und er hat Schock plus. So, was genau machen die denn? Naja, okay. Barriere, Hast und Boost. Errichtet ein Feld, das Verbündete im Wirkungsbereich schneller handeln lässt. Das ist nicht schlecht. Und die Bedingung ist 30 Sekunden überlebt. Okay. Also sprich, mein, ähm, mein Eis-Robo hier, der ist jetzt quasi ein Supporter. Der kann heilen und der kann ein Hastfeld erstellen. Der bufft. Das ist quasi der Damage-Dealer. Ja, das ist quasi der Damage-Dealer, der sich selbst auch ein bisschen Stärke dazu gibt und dann mit Raketen und Wirbel halt die Gegner killt. Und der letzte, was ist denn Schock genau? Greift fliegende Gegner im Umkreis mit einer elementarneutralen Attacke an und holt sie aus der Luft. Okay. Cool. Dann ist das nochmal so der, der Support gegen fliegende Gegner. Okay, ich glaube, ich weiß, was wir hier vorhaben. Sprich, der Kampf ist wahrscheinlich dann elementarneutral. Ja, wobei, der wechselt auch wieder sein Element. Okay. Ich bin überrascht, dass die hier, ähm, mehr oder weniger auf die, ja doch, die scheißen komplett auf die Elementarschüsse. Also sprich, der und der ganz oben, die machen alle 30 Sekunden, machen die, der hier Schock und der oben das Hast fällt. Der oben hat aber als oberste Priorität die Heilung von anderen Einheiten. Genau. Und der bufft und macht Damage. Okay. Ja, wir probieren das einfach mal. Ich glaube, ich verstehe, wie es funktioniert. Simone schickt mir eine Nachricht. Oha. Ich bin gespannt, wo. So, dann mache ich hier direkt eine Heiler dazu. Oh. Oh. Okay, das ist definitiv hier anders als vorher. Ich glaube, ich muss hier wirklich auf Elemente scheißen und ich muss stattdessen drauf gucken, dass wir hier immer die Dreifach-Kombo haben quasi. Ja, okay. Das ist ja lustig, dass sie das hier komplett anders machen als vorher. Okay, alles klar. Ich probiere es nochmal. Ich würde das mal gerne ausprobieren hier mit dem Setups hier. So, dann machen wir es mal anders jetzt. So, ich mache jetzt mal erst den Damage-Dealer quasi, den Heiler. Gerne auch noch einen Damage-Dealer. Noch einen Damage-Dealer. Aber jetzt rennt der eine Jahr... Jetzt rennt der Heiler nach vorne. Das ist natürlich auch Quatsch. Also am allerwichtigsten ist, dass ich die ganze Zeit diese roten spame. Weil die machen halt wirklich Damage. Und sobald es denen schlecht geht, mache ich die Supporter quasi dazu. Okay, ja, so funktioniert das. Okay, cool. So, da vorne könnte ich jetzt zum Beispiel einen Heiler dazu machen. Die kriegen jetzt gut was ab da. Und hier kann ich auch eine Heiler dazu machen. Von Entschrouded habe ich auch viel Gutes gehört. In letzter Zeit. Ey, guck mal da. Das scheint zu funktionieren, ne? Das scheint... Okay. Es klappt. Es funktioniert. Okay, das ist perfekter Zeitpunkt, um Regina zu casten. Nice. So, auch hier kommt jetzt ein Typ vorbei. Da senden wir direkt ein paar Einheiten aus. Zwei DDs. Support, Heiler. Oh. Zeig, du bist dabei! So? So. So? So, jetzt muss ich da vorne eigentlich nur noch so den Strick zudrehen, glaube ich. Kommt, Komet, Bäm, und der hat sich gerade geheilt, oh shit, okay, jetzt spammt er, oh Gott, okay, jetzt fängt er an, Einheiten zu spammen, vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen was aufheben sollen für den Schluss, komm, mach die nieder! Ja, es ist cool, dass man so verschiedene Setups machen kann, also vorher war es halt immer so einfach nur auf Element getrimmt, dass du halt quasi die richtigen Konter los senden musst und jetzt war es mehr so, ja, so ein Triangle Setup, dass du halt ein DD hattest und eine Heiler und dann quasi so einen, so einen Buffer noch, das war cool, lustig, da kann man bestimmt noch ganz andere wilde Sachen machen. Nein, du bist eine Roboter? Ja? 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 Das Telefon hat kein Platz mit uns. Entschuldigung. Ich dachte nur, dass... Deine Herzen sind in den richtigen Platz. Aber ihr... Ihr habt einen anderen Weg zu gehen. Einen, der... auf ihr eigenes. Man... Ich kann nicht mehr essen. All right. Ich denke, es ist Zeit für euch wirklich zu sagen. Hier kommt es. Das Grand Finale. May der Planet guide deine Worte. Und sie bleiben kurz während sie da ist. Also... Die fünf von uns hier alle kamen zusammen. Weil wir wollten diese Planeten von uns. Wir haben nicht viel Geld gemacht. Wir haben nicht viele Freunde gemacht. Aber... Die eine Sache, die wir tief in unseren Hörten haben... ist eine Fassion. Ein Feuer, der für die Grunde. Der wird nicht aufzuhören, bis Shinra geht in den Schmuck. Der Weg nachher wird nicht einfach. Aber ich bin nicht aufzuhören. Ich bin nicht aufzuhören. Ich bin nicht aufzuhören, ich bin aufzuhören, und zurückgezogen. Wir haben unsere Planeten. Also, wenn du die Gute hast, dann komm mit mir. Ich bin aufzuhören. Ich bin aufzuhören. Für Justiz. Ich... Ich... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Wenn alle fühlen, wie geht es weiter? Wie geht es weiter? T-Bop, gib mir einen anderen Cosmo Canyon. Natürlich. Mach es gut. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Tifa. Hmm? Das ist nicht das, was sie für uns wollen. Jetzt, ich sage nicht, dass wir ihn vergessen sollten. Keine Art, dass ich niemals konnte. Aber du und ich... Wir müssen uns nicht zu leben, in Gefahr und in Gefahr. Ja. 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 Rest in peace. Es ist ein neues Tag, Leute. Also lasst uns das nicht verbrauchen. Kommt ihr euch! Hey, warte! Ich habe das vergessen. Hier. Vielen, vielen Dank für den Resub. Drei Monate in Folge schon. Das heißt, ein neues Lichtschwert für dich. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support. Gutes Timing. Wir sind gerade Gambit-Meister geworden. Haben gerade die letzte Mission hier im Cosmo Canyon erfüllt. Oh, gibt's jetzt wieder, gibt's jetzt wieder Gilgamesh? Ja. Hier geht es wieder. Ja! Just give it up. The Proto-Relic's staying with me. Ha! Starlands! You caught me unawares once, but it will not happen again! Burning desire... ...to reclaim my stolen prize... ...rages evermore. That which you have taken... ...shall be returned! Oh shit, wir kämpfen! Oh shit, wir kämpfen! Battle on the big bridge! ...seHEEEH! ... ... ... ... ... Oh no! Okay, also bei ihm sehr, sehr wichtig ausweichen. Jedes Mal, wenn man eine Attacke von ihm ausweicht, ist er schockanfällig. So, er ist schwach gegen Feuer. Ein mysteriöser Schwertkämpfer auf der Suche nach Protosubstanzen. Es ist wenig über ihn bekannt, doch er scheint ein Auge auf Cloud-Whorfen zu haben und neigt zu plötzlichen, dramatischen Auftritten. Okay, okay, okay. Ein richtiger Skill-A-Fight. Ausweichen oder Perfect Parallel? Ausweichen oder Perfect Parallel? Ausweichen oder Perfect Parallel? Ausweichen oder Perfect Parallel? So entfesselte Offensive! Ende mit Schreck. Das war anscheinend ein Attack-Buff. So entfesselte Offensive! So entfeste Gegent! So entfessionte Offensive! Okay, okay, doch. So entfkrönte esse, die ich jetzt! Oh, 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 oh. Oh, was ist das? Genji! Without the power of Genji, I am out, man. Genji! Für die, die es nicht wissen, Gilgamesh ist auch so ein reoccurringer Charakter in Final Fantasy Spielen. Und er ist meistens so ein Typ, der so viele Waffen sammeln will, wie nur möglich. Also alles, alles an Waffen, was irgendwie, äh, episch und legendär aussieht, will er haben. Er ist ein Waffensammler. Ander? sand, Uh... uh... Halt, ich sage. Let's it go. Let it go. Let it go. What is mine? Only then shall I rest. So am I acting? Only then shall you know peace. But not until that day. Let's go. Fascinating. I believe I understand the situation. All this time he was seeking the proto relics in order to restore his lost memories and make himself whole. Guess so. Wait, so what exactly are the proto relics? It is of course too early to say anything for certain. But I suspect they may be some manner of armaments formed from matter not normally present in this dimension. If we assume the giant was also from another dimension, then there is a possibility that he was the original owner of the proto relics. Wait, so if they are he is, does that mean we should give them back? No. Given the phenomenon he has been able to conjure in this dimension without the proto relics on hand. I shudder to think what havoc he might wreak were his powers fully restored. It might be prudent for us to gather a bit more information on the proto relics before we decide to return them. For now, I propose that we retrieve the artifacts and perform a thorough analysis. Okay. Das ist ja auch wie erwartet. Genau wie bei ähm. Genau wie bei Ford Condor. Hatten wir ja schon damit gerechnet. Ähm, dass wir jetzt quasi diese Roboterschlachten dann nochmal in höherer Schwierigkeit machen können. Mh. Mh. Machen wir aber nicht jetzt. Wahrscheinlich mache ich das dann wieder so. So off stream wenn mir langweilig ist. Wir gehen stattdessen jetzt nämlich in die nächste Region weiter Leute. Willkommen zurück, Keine. Was gab's denn Feines bei dir? Pizza-Brötchen. Das klingt auch lecker. Lecker. Lecker Schmecker. So. Ach genau, hier gibt's ja auch noch, ähm... Ne, stimmt. Ja, genau. Einen Auftrag haben wir doch noch. Genau, das mit dem Makro... Lebensessenzen-Ding. Zur zweiten und dritten Lebensquelle. Okay. Das hab ich nämlich noch nicht gemacht, glaub ich. Ruinen. Das war Lebensquelle Nummer 3. Wir müssen Lebensquelle Nummer 2 noch finden. Weil ich glaube, wir wissen schon, wo die ist. Hm... War die nicht... War die nicht hier oben irgendwo? Nippelheim, yeah. Ja. Nippelheim. Hüpfen hier und da und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Und da sind die Nippelheimer. Das sind die Nippelheimer. Das sind die Nippelheimer. Nippel, Nippelheim. Nippelheim. Nippel, Nippelheim. Nippel, Nippel, Nippelheim. Wo ist denn? Hier ist Lebensquelle 1. Ich bin mir ziemlich sicher, die war hier irgendwo. Oder spinne ich jetzt? Die war doch irgendwo. Habe ich mir jetzt, habe ich mir gerade deinen Prime-Sub mit dem Nippellied erkämpft? Ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen Dank für den Prime-Sub, Melanchthon. Willkommen im Team. Willkommen bei den Nippels. Die Nippelbrüder. Die Nippelbrüder und Schwestern. Schnüffel, schnüffel. Wo ist es? Nicht hier. Was ist eigentlich hiermit? Hier sind so komische Statuen und es wurde nie irgendwas damit gemacht. Ich dachte eigentlich, dass das Protosubstanzzeug hier hinfällt, aber anscheinend habe ich mich da geirbt. Ich kann nicht gehen, bevor wir die letzte Quest hier noch abgeschlossen haben. Wenn ich nicht alles hundertprozentig abschließe, dann darf ich nicht nach Hause. Hat mir, äh, ja, hat meine Mutter erzählt. Das hier ist der Aufzug. Gehe ich wieder nach oben. Äh, scheiße. Ich bin mir sicher, wir hatten das entdeckt, aber ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Das könnte auch da hinten in der Ecke gewesen sein. Irgendwie habe ich so die Idee, dass es in der Ecke war. Ich meine, wir sind da irgendwann mal hingeritten und da war halt die Tür zu und wir konnten noch nicht rein und haben uns gewundert, ja, hä, what the fuck? Warte, da vorne, ich glaube, da vorne könnte es sein. Das war rechts unten, glaube ich. Ah, da. Ah, oder? Ah, fuck. Das war Lebensquelle 1. Fuck. Das war Lebensquelle 1. Ist denn Lebensquelle 2? Schnüffel, Schnüffel. Schnüffel, Schnüffel. Mithril-Earth. Hier irgendwo, maybe? Jetzt sagt mir nicht, die ist irgendwo weiter oben und ich muss echt suchen. Oh, fuck. Da ist nochmal Schnüffel. Anscheinend ist da auch noch eine Bank, die ich nicht habe. Wo ist hier eine Bank, hä? Wo ist hier eine Bank? Hier lang? Ah ja, okay. Du, 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 du. Das ist natürlich toll, aber das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Ey, scheiße. Ich habe die Befürchtung, dass die echt ein bisschen weiter oben ist. Kosmotit. Die Kosmotiten überall, die sind so toll. Da sind noch mehr Hasen am Grab. Bin und ich lau es. Zehn Gunst des Planeten. Boah. Nein, das sind Gegner. Nein, nein, nein. Scheiße, Dreck. Ich glaube, das ist wirklich weiter oben irgendwo. Das ist echt mies. Oder ist es sogar ist es vielleicht so easy, dass es wirklich hier ist? Aber das ist doch, das ist doch die Sternwarte. Oder? Ich glaube nicht, dass da wirklich irgendwas ist. Das ist Lebensquelle 1. Moment. Wie würde ich die denn anordnen? Wenn ich jetzt Entwickler wäre. So, hier ist, hier ist nämlich Nummer 3. Da ist Nummer 1. Dann würde ich doch, dann würde ich doch Nummer 2 irgendwo hier hin machen. Oder? Wenn ich Entwickler wäre. if I was developer. Wenn ich Entwickler wäre. Okay. Das war ja die Höhle mit dem Scherberwoki. Da war auch nichts anderes drin, fuck. Das ist schlecht. Da ist die Nummer 3. Ist die Nummer 2 vielleicht hier irgendwo versteckt? Oh ja, okay, okay, okay. Hier. Ah, da ist sie. Okay. Scheiße, wie komme ich da hoch? Oh no. Where did all these monsters come from? Oh no. Where did all these monsters come from? Oh no. Das ist für dich. Wir können einen Bike Reif Plus machen. Why not? Machen wir es für ihn. Diese ganzen Sachen hier unten, für die habe ich auf jeden Fall noch nicht. Die Materialien. Das sind Materialien, die gibt es bestimmt in Nibelheim irgendwo für die zwei Dinge hier. Schnecken am Reif, müsste ich mir einfach nur einen Schnecken am Reif kaufen. Normalen. Schnelltrank. Offenbarung, Offenbarung. 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 Das war eine excellente Worte. Einmal öffnen, bitte. Das ist so gut. Das sieht gut aus. 10? Nein. 400? Der Meter geht verrückt. Was ist ein GZ? Wie ist ein GZ? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie hast du das denn? GZ bedeutet für Geisel, seine erste Name. Fugenhagen war die erste Person, die zu herausfinden. Und wir herausfinden, dass die Lebensstreme eine Energie, die wir können. Oh, ho, ho, ho. Aber das ist nicht wert. Mehr als wichtiges, unsere Arbeit bleibt nicht fertig. Wir sollten besser mit dem, während wir noch die Licht haben. Das ist das Ort, an den ich Sie nachher kommen. Glückwunsch zu Ihnen allen. Und sicherer Geheimdienste. Das ist ein GZ. Das ist ein GZ. Das ist ein GZ. Das ist ein GZ. 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 Noch nicht. Das ist ein GZ. Ich habe gerade wieder gemerkt, dass wir eigentlich Notizen hatten, um die Dinger zu finden. Good Job, me. Zweitens Ich bin nicht am überlegen, wo das hier sein könnte Das müsste ja Wenn das hier die Stadt ist Und das ist dieser komische Turm Dann müsste es hier quasi Hä? Ne Äh Ach, das ist umgedreht, oder? Ja Ich glaube, das ist umgedreht Ah, okay Es müsste hier irgendwo sein, glaube ich Let's go, Alter Let's go Da unten ist es auch direkt, glaube ich Vielleicht vor uns Ja Okay, das war easy Go Ja, ich habe immer noch nicht gerastet Okay Okay It's on now Gotcha Gotcha Here it comes Yes, you're mine Nice long Just a bit Sorry Connect that Gotcha Weed Come on Äh Nein Wie jetzt? Das machen wir jetzt aber nicht. Moment. Das ist hier doch nicht die Lebensquelle hier. Ne, 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 du. Ich bin überrascht, dass ich das so schnell anbekommen habe. Ja, okay, also, ich mag schon, es ist schwerer, die jetzt. Okay. Es ist jetzt auf. Jetzt. Es ist jetzt auf. Das sieht nicht gut aus. Das ist in Ruhe. Scheiße, man. Ich muss, ich, ich brauche MP. Ich brauche MP. Es ist lame, dass ich nicht zaubern kann gerade. Sonst wäre das super easy. Moment, das haben wir gleich. So, Freunde. Jetzt reicht's hier. Der Unterschied. Okay. Okay. Hahaha We are the masters of our lives, Nanaki Would you not agree, Cloud? Yeah, sure My, my Over 7,000 It's over 7,000 This is an unprecedented level of activity Doubtless proof that the flow of the livestream has shifted in some manner or another The question is Was this shift natural? Or was it the product of an external force? The question for another time One location remains To be continued 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 I believe Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist mir ganz tief drin, also hier, hier irgendwo Haha Weird, I don't see any monsters this time Hmm, it appears that this site has gone fallow Oder auch nicht Hmm Nee, da ist irgendwie Das kommt bestimmt Ein richtig fettes Vieh Cloud, the Mako Meter, if you would It's over 9000 We'll handle these guys, get back Yeah, I got a demon Allow me Dammit You can do it My turn Fear me There Going in I'm right here Please Hang back Let's finish this No more No more This went for you Finish it I'm sorry Perhaps I am getting too old for this My point exactly I learned far more than I anticipated today Though I harbor doubts I now concede that you were right Something is happening to the planet Many questions remain But I can share with you some answers Life springs are founts of Mako Whose locations are dictated by the life streams ever changing flow And in all my years Never have I seen a once thriving spring wither in so short a time While still just a theory Given all I have witnessed I believe the planet is changing on an unprecedented scale Ah, the weapons I first learned of them from amusing fables and Cetran tomes Quite frankly, I did not believe they existed I thought them merely allegorical Thus did I dismiss the tales of your encounters with these incredible creatures No, that's not it In truth, I was terrified Weapons are born into existence when the planet is in crisis When the survival of all creation is at stake I hope you will forgive me, my discourteousness You came to me in good faith And I turned you away But we must face our fears Only then can we hope to overcome them And so I face mine The weapons have come And they portend a grim future for us all A malevolent energy descended upon that life spring Never in all my years of planetological research Have I ever seen such a disturbing phenomenon You, however, appeared unfazed by what you witnessed Yeah You needn't explain, Nanaki Indeed, it may be best that you do not The experiences of others may skew our own perception of the truth For the time being, quiet observation is key to unraveling this mystery In the grand scheme of both the planet and the life stream The lives of us mortals And the sublunary parts we play Are undeniably inconsequential For our world is the accumulation of trillions of souls An assemblage of all life that ever was And will ever be But that is far too reductive a way to view the cycle which sustains us We are, after all, a part of the planet And the planet is a part of us, too We mustn't forget that even the smallest of ripples Can gather the strength to become the greatest of waves It is thus incumbent upon us to do all we can in the time we are relotted To not die a ripple I endeavor to do just that I will continue to work to one cup of the planet secrets And if I find anything, I will let you know All right, just try not to overdo it For me Oh Oh Now who could this be? Why, it's from a watchman in town How odd Oh What did you say? Is something wrong? I fear there is The survey team has returned with reports of sightings of key spirits within the veil But they were sealed within the cave Indeed they were I can attest to that So how did they get out? Well, these are spirits, Namaki Who knows what they can or cannot do Though I know this is sudden Will you lend us your aid? Okay 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 Ich bin ein bisschen beeindruckt, aber Red 13 Ist unser zweiter gemaxter Charakter Weil das passt ja, das ist ja genau mein Team Ich hätte wirklich gedacht, dass es tiefer zuerst dran ist So Ich glaube, wir haben uns auch auf jeden Fall schon mal eine Rast verdient Rastlose Seele, ganz genau Ja, ich habe gehört Sind sie okay? Sie waren nicht attackiert, oder? Don't worry Jeder ist okay Es ist, dass sie enthängt eine actuende ist So war es in der Zeit Doch sie mussten ihren Truck nachlassen, unverfassungsvoll Okay Ich gehe deinen Hinblick auf Wir können nicht mehr in die Vail Ich begeistert Nur Sei vorsichtig Out there Oh, ich weiß, ich weiß, was wir, äh, vorher noch machen. Es wird Zeit, dass wir uns mal Bahamut holen. Bahamut. So, ich geh mir auch kurz was zu trinken holen. Wir sind in 5 Minuten wieder da oder so. 5 Minuten Pause, meine Freunde. Oh, ich weiß, was wir sind. Oh, ich weiß, was wir sind. Es ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Wenn du fragst, wo der Name Sildra kommt, ist ein legendärer Dramat, mit in localen Geschichten. Hey Leute, kanntet ihr schon Sildra? Jetzt kennt ihr sie. Perfektes Timing, Defi, perfektes Timing. Ja, da bin ich wieder. Ich hab auch die ganze Zeit die Leute hier über Sildra labern gehört, dachte mir so, yo. Ich glaub, wir wissen's jetzt. So, was wollten wir machen? Wir wollten rastlose Seelen. Außerhalb des Tals? In der Nähe des Lifts. Ja. Du du du. Ach, jetzt hab ich Barmuth vergessen. Fuck. Okay, dann kommt Barmuth halt danach. Wochenendeeeeeee! Let's go man. Saufel! Hm, was? Okay. Die Hand hat Wochenende, glaub ich. Kennst du den Dude nicht? Ich glaube nicht, ne. Ich kenne nur er. Nein! Die nehmen Besitz von diesen Pinguinen, oh mein Gott. Nicht die Pinguine, ausgerechnet die. Ich bin so unschuldig. Wohin? Okay, da lang anscheinend. Hasen! Sniffa? Ah, ist Sniffa? Riege Sniffa? Oh wow, die hat ein gutes Aus hier. Aber hältst du auch das aus? Okay. You've got this. I got this. You're done. Get ready. Get ready. I got this. You're done. You're done. Why don't you leave the world? You're done. You're done. Get up. You're done. Folgen sie diesen geistern Es sind fucking Zahagi, müsst ihr mich verarschen? Ich habe keine Ahnung, was Power bedeutet Okay, das ist ein Job für Red Frosty Der Kellogg's Frosties Die wecken den Rat in dir Sternenstau 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 Oh, da sind sie ja schon. Ah, okay. Die Quest endet also hier. Okay. Das ist nicht Seto, du Idiot. Der Koloss-Panzer. Blitz ist gut gegen den. Ah. Selbstgemachte Nudeln mit Paprika-Walenspestung. Kannst du dich übernehmen, Barton? Bereit? Lass uns das machen. Okay, Dude. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Tatsächlich. Barriere macht er auch noch? Okay, jetzt reicht es. Jetzt, jetzt, jetzt reicht es. Jetzt, jetzt ist es... Ich merke, wir müssen uns eventuell noch anstrengen. Wie ist das? Well? This! Come on. Fear me! One swipe. You got this. Take it over. Ja! Get ready. Shit. Can't hold me back Good timing Don't overdo it Still up, Lord? It's okay, I'll do better Sweet! Gotcha! Fear me! Ready? I wouldn't mind doing that again No escape! What the? Get him! Come on, move! Fight through it Yuppie! We've gotta get through this Abracus, something or other I'm here for you Get ready I'm here for sure I'm here Super Spray Mega Spray Toll That's a waste That's a fucking waste Be careful Let's pretend that didn't happen It won't last long Oh fuck No way Yeah That's not so good That's not so good That's not so good I'm here Perfect Block Nein Okay Versuch was wert Oh So dämlich Das ist ein Geekner Den müssen wir ernst nehmen Okay Jetzt aber Okay Einmal, einmal ernstes Gaming Kommt sofort So Move 1 Magik was Was? Move 2 Passt Move 3 Barriere weg Ready? Let's do this Er macht es einfach instant wieder Okay Das ist okay Das ist okay Jetzt Blitzy Okay Block das So Plasmaentladung Weil das schwach gegen Blitz ist Okay Okay Gut Blitzy 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 Abwehrstelle Okay Big attack Big attack Is immer noch da Okay Das ist Das ist okay 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 Ich gehe Okay Wir gehen davon aus Wir gehen davon aus Er hat immer Er hat immer Barriere On it On it Okay Back to it Go on Let's do this Okay So Bam Schock Synchro Blütenstunde Er macht Rächerhaltung An Zichel 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 Bäm 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 Mut an Bäm Okay Bäm Jawohl Einmal 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 Den Gegner Ernst Genommen Dann Kloppt Das auch Hallihallo Oh der Dicke Klumander Ich will Learn Can you teach Me about My father About you Your Father I see As you wish Son of Seto What would you like To know Seto Ventured deep Into the caverns Below your home That day Alone That he might Persuade us To cease Our Ingress Though we Had Braced Ourselves For battle We found Ourselves Captivated By his Resplendent Mane He was A beautiful Creature In both Body And soul So Zwaade Were we By his Courage And sincerity But we Chose To entrust With him Our Singular Desire We desire The return Of our Black materia And deliverance From this Purgatory We Believed Seto To be a Man Of his Word That his Betrayal Proved Otherwise Our hopes Placed In him Only To be Trampled Upon We Were Forsaken Overcome With Rage 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 One By One Our Arrows Found Their Mark Yet Seto Was Unfazed By Our Assault As A Confidant Our Secrets He Would Keep As A Penitent Our Vengeance He Would Accept Yet Seto Would Not Forsake His Duty To Keep Us From The Veil He Was Resolute His Will Adamant In And With Every Arrow That Struck His Body Hardened To Match His Resolve Before Our Very Eyes Unmoving In The Face Of Our Relentless Onslaught Twas Not Long Until We Lost Heart Conceding The Futility Of Our Plight And Sank Back Into The Dark Depths Whence We Came Yet The Darkness Granted Us No Comfort And Certainly Not The Oblivion For You Will Keep Your Word And I Hope They Do Dad Understood The Gi Suffering But He Also Understood Others Would Suffer If The Gi Ever Got The Materia Back He Was Willing To Bear That Pain For Them Even If It Turned To 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 Stoned To 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 Stoned We Just Have To Find That Black Materia And We Have To Make Sure That No One Get Their Hands On It Not The Gi Or Anyone Else But I Do Want To Keep My Promise I Will Find A Way To Release Them From Their Suffering There Is Got To Be An Answer Out There Somewhere And I Not Going To Stop Searching Until I Find It Spoken Like A True Watcher You Heard All That Our Hopes And Our Dreams Give Us Strength Remember That Hold Tight To Yours And See That You Never Let Them Go In Time They Shall Lead You To The Answer You Seek Nice So Leute Ich Glaube Damit Hätten Wir Hier Alles Erledigt Bis Auf Eine Sache Die Wir Uns Natürlich Nicht Nehmen Lassen Es Wird Zeit Für Bahamut An Planetology We Have Plenty Of Seminars To I Heard That We Must Live In Hard Man Well Done Our Survey Of My Understanding Of The Planet This Wealth Of New I Could Not Have Come This Far Without Your Help Thank You Ohne Witz Chatly Benutzt Das Ganze Wissen Was Wir Iben Da Besorgen Er Minutes Das Irgendwann Für Das Böse Alter Der Aussieht Chatly Giga Chatly Hoho Was ein Vieh Alter Hohohoho Holy Fuck Das Design Ist Geil Die Nachbildung Einer Kaminroten Esfer In einem virtuellen Raum Es handelt sich um die Manifestation Des Alle Grenzen Sprengenden Königs Der Drachen Ein Gott Der Zerstörung Der Unter Dem Schutz Der Roten Erde Stand Und Mit Der Zeit Noch Stärker Gewonnen Ist Okay Neomarmut Sondert Partikel Ab Die bei Berührung Haften Und Nach Einer Gewissen Zeit Explodieren Durch Einsatz Einer Synchro Aktion Oder Einer Synchro Fertigkeit Kannst du Dich Der Partikel Entledigen Und Einen Schock Anfälligen Zustand Hervor Rufen Außerdem Werden Dadurch Freischwebende Partikel Zerstört Und Den Halbischen FF14 Ne Den Nicht Den Nicht Neobar Der Nämlich Noch Krasser Ist Als Der Normale Bar Aber Ist Er Krasser Als Aerith Finden Wir Es Raus Foto Neo Otto Mach gut Alle Okay Also Er Hat Jetzt Hier Partikel Okay Jetzt Habe Ich Sie Weggeschmissen Mit Synchro Nice All Over Try This Deal With That It's Your Turn Just Watch That's It Keep Up This Whip Up Dis Appreciate Go On Now You You How This Gotcha Hit Frame Down You Ready Keep It Together And Catch You're Burning Up A Bonus Tagging Out Leave It To Me Hang Back Whatever Let's Go With Me Okay Nein Nein Jetzt kriege ich meinen Scheiß nicht los Nein Oh 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 Warte das kenne ich doch Das kenne ich doch aus dem Yufi DLC Links rechts Wir wollen mal die Erfahrung Synchro Limitstufe plus Das kenne ich doch nicht mehr Ich kann mich auch nicht mehr Mit mir Ich bin hier So Mit Cloud auf jeden Fall das ende mit schrecken und mit ihm mache ich brecher haltung der an den staubstrahl lüge schwert orkan das ist er hier hier giga antriebs modus giga antrieb giga oh giga ah ok links rechts links rechts oh Gott nicht geschafft Leer Laser ok ok ich bitte kurz das Spiel spielen danke fönix hönix hönix Monster Hunter hat bestimmt Inspiration vom alten Neobarmut genommen ich könnte halt die Flügel machen aber scheiß auf die Flügel ganz ehrlich wieso du hast das du hast das wir machen das das wird es ist auf dich kannst du mich übernehmen nicht mehr über das ich habe dich ich habe dich ich gehe in die Flügel Ende der Linie ha 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 nix 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 Okay, lass uns mal sehen, Galekhi! Bahamut ist aufgerissen. Gut gemacht! Ich hatte keine Idee, dass der Gott der Destruktion weiterentwickeln könnte. Aber ich glaube, dass er auch diese Grenzen überrascht könnte. Mit dieser Krimson-Terror in Ihrer Kommandung... ...die Krimson-Terror. Jetzt bin ich gespannt. Was für Status-Boni kriegen wir durch die Beschwörung hier? Das hatte ich gehofft. Er gibt nämlich physische Attacke und magische Abwehr. Äh, magische Attacke. Die einzige Beschwörung, die beides gibt, außer Ramu. Weswegen ich Ramu die ganze Zeit auf ihm equipt hatte. Das heißt... ...Cloud bekommt jetzt... ...endlich seine erste Rebirth-Beschwörung. Und zwar direkt Neo-Bahamut, Alter. Hm. Ja. Ne, Red hat Titan. Weil Titan einen Bonus gibt auf physische Abwehr. Er gibt bei ihm mal meistens Sinn, weil er ist ja Tank. Er will Abwehr. Und seine Magie-Abwehr ist halt schon riesig. Einfach vom Standard her. Genau umgekehrt wie bei Barrett. Barrett hat hohe physische Abwehr von Grund auf. Aber ein bisschen weniger magische Abwehr. Deswegen habe ich bei ihm Alexander equipt. Der nämlich magische Abwehr gibt. Und äh, genau. Kuchata ist quasi das Upgrade von Ifrit. Vom alten Ifrit. Der gibt nämlich physische Attacke. Deswegen habe ich den auf Tifa. Ne, das ist hier alles... Das ist alles so gemacht, dass die wirklich perfekt auf den Charakter passen. Bei, bei Aerith ist es natürlich, äh, magische Attacke extrem auf Phönix. Und äh, jo. Mal gucken, was die letzte Beschwörung dann sein wird. Hm. Eine müsste es ja noch geben. So, ich kann ihm übrigens wieder... Ich kann ihm wieder, äh, Schokobo geben. Für Glück. Proto-Günther? Ne, ich hoffe nicht, ey. Das wäre... Das wäre viel zu imber. Oder um zu sehen, welche neue Erinnerungen du in deinen Reisen machen kannst. So, Leute. Seid ihr bereit für Nippel? Es ist Nippel-Zeit. Das erfährt man schon ein paar Minuten. Jo. Ich denke auch. Ich überlege halt nur, also, weil sie, weil sie Bahamut quasi als zweitletztes gemacht haben, frage ich mich halt, was sie da als letztes geputtet haben. Also, ich gehe sehr stark davon aus, dass sie im letzten Spiel dann wahrscheinlich Bahamut Zero haben. Und Ritter der Runde wird es auf jeden Fall auch im letzten Spiel geben, nicht hier. Was jetzt zum Beispiel noch kommen könnte, wäre... Typhoon? Aber den fände ich halt komisch als letzten... Als letzte Beschwörung. Mal gucken. Äh, hallo, hallo. Äh, sit. Äh, wir brauchen einen Flug. Stimmt, Odin. Odin wäre auch noch so ein Ding, ja. Sit, mein Freund. Du könntest uns nicht auf Nibelheim geben, würdest du? Ein bisschen weit. Aber nicht zu weit, ich denke. Deine Frau sollte mehr als genug für die Herausforderung sein. So, Nibel-Flugplatz. Ah, das ist auch cool, dass wir mit ihm jetzt quasi direkt in jedes Gebiet fliegen können. Also, ich muss jetzt nicht zum Beispiel mit ihm zurück nach Gongaga, dann mit dem Buggy durch die Wüste, dann von Costa den Zoll mit dem Schiff nochmal zurück nach Yunon. Das wäre ja ultra nervig. Okay. Habt noch Nippel. Juni. Haha. Hahaha. Haha. Mama! Untertitelung. BR 2018 Und jetzt kommt die Weapon aus dem Meer raus, frisst uns auf und das Spiel ist zu Ende. Vier Jahre warten auf den nächsten Teil. Du, 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 du. Landung, Landung, Achtung, Achtung, Mayday, Mayday, oh Gott, ah, 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 da vorne sehe ich schon ein muckere Haus. Seht ihr es auch? Ja, genau, genau das ist es nämlich, ja. Neue Trophäenstufe erreicht, what the fuck, was? Oh, oh. Cloud, join me. Bring mir die schwarze Materie ab. Ich hab aber, also ich hab ne Idee, wo sie das Spiel beenden werden und es wäre so abgefuckt, wenn sie das tun. Aber die Chancen werden immer größer. Just thinking out cloud. I got one red. Odin! Okay. Da ist er. Da bin ich immer gespannt. Also Odin ist ja traditionell. Oh, hier ist direkt ein Schatz vergraben, aber ich hab noch keinen Schokobo. Odin ist ja traditionell so ne One-Shot-Mechanik als Summon. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie das hier umgesetzt wurde. Oh, hier ist ein Schokobo. Son-Titskin! Son-Titskin! Alles klar, ich guck später mal Äh, Kate? Ich wollte euch sagen, aber die Terminale ist wahrscheinlich weg. Nebelheim verbringte fünf Jahre vor. Das ist nicht so. Nicht zu schuldig, aber das Terminal ist so schnell wie ein Böck in einem Ruck. Denn Shinra war nicht so, dass diese Fakilie verbringte. Das bedeutet, der Reaktor? Das ist auch wichtig, aber nein. Ich bin kein Experte auf Nebelheim, aber ich weiß, dass es die einzige Lied auf dieser Materie ist. So, nicht viel Wahl. Ja, es ist das oder nichts. Wir sollten gehen. Ist das vielleicht schon mal ein Turm? Ein heiliges Kern. Erstmal Analysien. Nippelwolf. Oh mein Gott. Wir werden alle gefressen. Hilfe. Das stimmt. Wöck. Wöck. Wenn ich das sage. Bist du etwas? Wöck. Und dann? Wöck. Die Stelle. Ich geh. Und jetzt könnt ihr mal raten, was für eine Farbe der Schokobo hier haben wird? Ist das vielleicht der schwarze? Ein Goldener bestimmt auch nicht. Goldener kommt bestimmt im dritten Teil. Okay, da vorne ist direkt Schokobo. Dereht vor uns. Stimmt, wir hatten ja, stimmt, der Berg-Schokobo war ja schon schwarz. Ja, stimmt. Ich dachte jetzt nur an den Schwarzen, weil das im Prinzip damals der zweitbeste war. Er konnte fast alles. Das hier natürlich alles sehr schön, äh, sehr schön steinig und gebirgig. Der Typ hier ist immer noch am Laufen. Ich frag mich, wie weit der kommt, bevor er irgendwie stoppt. Vogel will anscheinend, dass wir hier hingehen. Oh, okay. Ich seh das schon. Guck mal, da auf der anderen Seite. Da sieht man's direkt. Also wenn hier so viel Wasser ist, kann es sein, dass wir jetzt einen Schokobo kriegen, so einen dunkelblauen, der vielleicht über das Wasser laufen kann oder so. Moment, wir machen jetzt... Wir holen uns erstmal den Schokobo. Wo ist denn der? Da oben? Da oben. Äh, komm ich denn da hoch? Oh, oh, oh. Meeres-Schokobo. Okay, ja. Richtig geraten. Und die Farbe ist... So, dann. Ja. Selena. So. Ähm... Viele Möglichkeiten habe ich hier nicht, also hier hoch, Schokobofutter, kann ich hier nicht einfach runterspringen? Hier oben scheint auf jeden Fall unendlich von diesem Schokobofutter zu wachsen. Gebe ich das dem einfach so, oder was? Ach, okay, I get it, wir locken Selina mit dem Futter durch die Kakteen, nach vorne, okay, also diesmal ist es umgedreht, oh, okay, okay, I see, let's see how it is. Putt putt, Madame, hier ist Futter. Okay. Okay. Muss jetzt nur mal gucken, wie weit ich das wegwerfen kann von ihr. So weit anscheinend nicht. Okay. Okay. Das ist so ungefähr maximale Reichweite. So, ich nehme an, ich muss jetzt aufpassen, dass die nicht da durchgeht, wenn die Kakteen da groß sind. Gleiches ist es ein fett Schokobofutter. Tschö. Tschö. Was? Nein. Was? Ähm, okay, das hat nicht so gut funktioniert. Scheiße. Ja, das ist gar nicht mal so easy. Am Anfang ja, später nein. Okay, es gibt einen Kontrollpunkt. Jetzt habe ich kein Futter mehr. So, am besten hole ich sie erstmal so ganz dicht vor so ein Ding. Und jetzt wieder weggehen. Go, go, go. Lauf. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Schnell, schnell. Okay. Oh yeah. Nein. 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 Vielen Dank. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bitte was? Okay, dann muss ich, okay, dann, fuck. Dann muss ich es wirklich press, direkt ins Gras quasi. Direkt vors Gras. Oh, jetzt muss ich den Scheiß, ach komm. Leute. Nein. 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 So, pass auf. Trick 17. Nein. Schöner Vogel. Die Meereschocobos. Wow. Okay. Oh wow, das ist nice. Nein. Mann, ich will doch nicht. Ich will doch gar nicht. I don't want to do this. Oh, das ist ja gut. Das ist ja gut. Oh. Ich stecke fest. Ich habe es wieder geschafft, Leute. Ich habe es mal wieder geschafft. Unverbesserlich. I can fix it. Ich habe es gefixet, wenn ich abgestiegen bin. Oh. Oh. Ja, leave it to me. Ein besonderes Talent. X-Kreis-Date. X-Kreis-Date. Okay. X-Kreis-Date. Ha ha ha. So, wo wollte denn die Eule mit mir hin dann? Also, okay. Hier anscheinend. Ich dachte, die wollte mich hinführen und es war was ganz anderes. Da oben. Ha ha. Okay. Sehr interessante, äh, Movement Mechanics hier. Hallo Cloud, ich habe herausgefunden, dass es in Nibel Berge gibt. Danke, Chatling. Danke. Was würden wir ohne dich machen? Das ist, ich finde das voll nice, auch so zum Scouten einfach, weil man hat voll den guten Überblick über alles. Wie das aussieht. Wie das aussieht. Wie das alles. Power Wash Simulator. ich dachte es wäre irgendwas zum rausziehen eine pflanze oder so wo ist Schoko-Bro? Schoko-Bro? Schoko-Bro! Wir können nicht erlauben, dass wir uns zurückhalten können. Und Monty-Saurus, den habe ich doch auch schon. Ja und direkt werde ich zerfleischt. Super, super, finden wir ganz toll. Oh, das ist dein Geist. Das ist dein Geist. Das wird es nicht so schwer. All right! Was die... Wee! Das ist ein Geist. Ich glaube! Ich glaube! Es geht jetzt. Well... Was? Still hier? Was? Das ist für dich. Die Wölfe auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Die Wölfe auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Karfreitag, Karsamstag, Osterwochenende, alles. Die Wölfe auf jeden Fall sehr, sehr nervig. Mal ein paar Potions reinschmeißen. So, oh Gigatrank. Könnten wir craften? Ich finde es krass, dass hier ein Funkturm ist, irgendwie so ganz weit oben da draußen. Was ist das denn für ein Pilz? Der Powerpilz! Powerpilz! I got you, take the lead. Take care of them? Sorry, but leave it to me. Sorry to put this on you. Genau, das sind die Mario-Pilze. One more shot! Fear me! Go on! It's on now! Ja, irgendwie habe ich Bock, diese, den Turm da zuerst zu holen. Oh, siehs, siehs. Einmal schnüffeln. Hä? Waren hier nicht gerade noch Hasen? Habe ich die Hasen vertrieben? Scheiße. Ah. Was sind denn das für Dinge eigentlich? Die müssten mich doch noch ein bisschen höher bringen, oder? Hä? Was ist denn das für mich? Was ist denn das für mich? Was ist denn das für mich? oh shit voll rein oh oh das war aber nicht gut gar nicht mal so kacki die normalen Gegner hier die 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 das krasse ist Leute hier sind direkt schon die drei S-Bike Kunde Dinger für Odin die sind quasi instant direkt verfügbar war nicht weit weg oder so ist das noch ein Turm na ne das ist Quelle ich bin jetzt mal so dreist und hob mir die einfach drückt das hier sieht doch auch nach irgendwas aus ach was ist ach was ist die Dinger an-tacklen achso das sind quasi sowas wie Schatztruhen mehr oder weniger für Items zumindest ok es ist immer ok es ist immer das Schokobo Gras oh also Navigation hier ist bisher extrem entspannend ok wir basteln mal ein paar Sachen hier natürlich sehr geil auf jeden Fall der Gloria Armschutz hier schon mal der Talisman des Weltenbaums ist auch der Talisman des Weltenbaums ist auch ja aber ich glaube die ist nicht so also wir können mal gucken was es ist aber ich glaube ich weiß was es ist es ist nicht so extrem geil erhöht Glück um 10 das könnte ich aber auf jeden Fall ähm das könnte ich auf jeden Fall äh Kate geben na wo ist er erhöht Aufladungsmenge der Limitleistung 10% das ist auch nicht verkehrt Espa Talisman stärkt gerufene Espa ja das ist keine Ahnung wenn man halt mal überlegt wie lang diese Espa da sind im Kampf und dass sie ja es relativ spät kommen finde ich das jetzt nicht so so extrem useful vor allem ich benutze die Espa sowieso meistens eher so als Notlösung ist jetzt bis nachher Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Die sind nicht ganz so krass, wie sie aussehen. Die sahen tatsächlich ziemlich stark aus. Oh. Das war's für heute. Ah, da ist es ja. Schreingammer. Das war's für heute. Also, die Region geht bisher sehr schnell. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, das FF7-Design von Odin war sehr interessant. Er sieht auf jeden Fall gefährlich aus. Was? Oh, was? Nein. Ich wollte runterspringen mit Schokobo. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Giga-Trank. Da machen wir auch einen von. Ich habe vergessen, einen Schnecken-Armreich zu kaufen in der Cosmo-Kenyan-Region, aber das ist okay. Läuft uns ja nicht davon. Das ist ja praktisch, dass es direkt hier daneben ist. Das ist ja praktisch. Glorior! Ist hier nix? Okay, Gegner. Das hatte ich mir fast gedacht. Ah, Offenbarung des Planeten können wir jetzt craften, das ist super gut. Damit können wir jetzt ganz viele andere Sachen auch machen. Wo haben sie denn dieses letzte Teil jetzt hingepackt, ey? Hier? Da bestimmt drin, ja. Ah, da runter? Nee. Nice. Varvados. Nächste Station, die Jagd drüben. Ach, wir können sogar noch gleiten, merke ich gerade. Also ich kann hier so machen und dann kann ich noch gleiten. Lustig. Ist das die Jagd? Nee. Nee. Ihr seid nicht das, was ich suche hier. Hier rein bestimmt. Gerotetes Nidhogg. Der Valkyrenreif. Oh, das ist hier aber sehr, sehr, sehr vikingmäßig hier alles. Ja. 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 Weißt du, wenn ich Bio machen will, kaufe ich mir ein Buch. Wenn du zu Beginn seiner Attacke Verstärderungsnebel seinen Kiefer zerstörst, wird er schon am fällig. Okay. Hallo? Dreh dich doch wenigstens mal um. Weißt du, dass du so gefährlich sein kannst? Ich weiß, dass du das machst. Du willst? Komm schon! Keep it up! Just keep it together. So it's my turn. Stand against you. Let's get serious. Anbeißen? Ich find dich voll zum Anbeißen, ey. Das ist's. Komm! Mit mir! Deine Kraft hat keine Hilfe. Nice! Geh! 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 ... und damage recken, oh yeah! Geh! Chloa-Lingt Okay, das hat nicht Funktioniert anscheinend, schade Schatz, bin ich schön Okay All objectives completed We've accrued a lot of great data Thanks to you Thanks to you Thank you So, nächste Station. Da unten sieht es aus, als wäre da wieder so eine Schatzsuche. Oder? Ja. Sehr überschaubares Gebiet auf jeden Fall. Mit überschaubar meine ich jetzt wirklich überschaubar und nicht klein. Haha. Hahaha According to local legend, Odin's Zantetsukan is capable of leaving anything in two, be it the fabric of creation, or the time between the seconds. You know, not to compare Swords, but his might trump yours. True. Also, stell dir mal vor, stell dir mal einfach vor, dein Schwert ist so scharf, dass du einfach die Zeit schneiden kannst. Das wäre sehr. Das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, einfach schneiden. Einfach zerschneiden. Kreis, x, x, d, 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 Kreis. Oh, fuck. Kreis, x, x, d, 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 d. Fuck, das war mal Kreis am Ende, ne? Ja. Ah, fuck. Okay. Okay. Das war's für heute. Wir haben die halbe Region jetzt schon fertig. Mega schnell. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt sind wir auch wieder auf dem Fest. Warte, wo ist denn hier? War das doch unten? Ist er oben drauf? Ah, okay. Gut versteckt. Okay. 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 Da geht's weiter. Hier ist auch noch was. Da ist Nibelheim. Ah, sprich, wir haben wahrscheinlich noch, ja, hier unten ist wahrscheinlich noch überall ein bisschen was zu finden. Dann können wir uns in Nibelheim eigentlich direkt Odin holen. Das spricht da eigentlich gar nichts dagegen. Okay. 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 Oh, let's go for it. Let's do this. Let's do this. Nice. Ich hoffe, Leute sind noch nicht zu krass enttäuscht, dass ich die sehr intensive Chatly Mylor so ein bisschen wegklicke manchmal. Anwesendes Chocobo Waisen. Das letzte Geheimnis der Chocobos? Ach, und er ist auch da. Was the fuck? Hat jemand gesagt, living legend? Den Bademantel brauche ich. Den brauche ich für zuhause. Zieh ich dann für den Streams an. Puh, ich bin jetzt. Ich dachte, ich war ein Goner. Hä? Möchtest du mir, wer du bist? Ich bekomme nicht viele Besucher hier in den Boonies. Äh, das ist Cloud. Er ist ein Jockey für Gramps' Ranch. Oh, er ist, hm? Perfekt. Billy hier braucht ein paar Hilfe. Du kannst den Boonies Schlack auf holen. Ich wette, das gibt's eh schon so als Merchandise oder so. Ja, ich lerne all sorts of stuff. See? Hey, tell me, du bekommst nicht dieses Chocodung. Picking garbage out of a pool ist nicht Training. Es ist manual labor. Du siehst es auch, oder? Es ist ein Meister seiner Zunft. Man sieht das so verreckt. Wenn jemand was gonna get it, figures he'd be you. Dieser Fan right here wrote the book on Chocobo Rearin. In fact, pretty much all the major breeds maintained these days are products of his techniques. If you can flap your gums, you can move your gams. Now get on back to your training. Sorry! As for you, I know just the thing. One of my Chocobos ran off when we put her out to pasture. Need you to find her. Bring her back. Oh, meinst du zufällig Selina? Her Name ist Selina. Sie ist nicht dein normaler Chocobo. Sie ist mehr als zu Hause. Die Art, wie sie rollende Wände sieht, sieht wie soliden Boden. Kein Wunder, sie denkt, sie ist die B's Knee. Und bitte, sagst du mir einfach mal an. Das ist irgendwie so volles Klischee einfach. Dass irgendein Typ will trainieren mit dem alten Meister und der alte Meister lässt ihn erstmal arbeiten. Du bist Selina? Na gut, ich habe dich überraschiert. Es braucht reale Fähigkeiten, um diese Frau zu fangen. Fähigkeiten wie die von... Hold on. Ich weiß das. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Das wird mir immer angreifen. Fähigkeiten. Und so. Was? Hell yeah, it is me Sam. You see, I'm Will's son. Well, don't that beat all. I'll never forget those two. They had such a powerful passion and an eagerness to learn, too. Everything they did was for the birds. That's not the Sam I know. Sam's a demon. He led my parents to an early grave. Got them hooked on gambling. Pushed them to rack up tons of debt. And then... That don't sound like him to me. You sure you ain't got your Sams mixed up? It's a common name, you know. Only one Sam in this business. I swore that I'd humiliate him by winning the gold cup. Destroy his reputation. Then I'd at least have some kind of revenge for what that bastard did to my parents. There behind is Chetly by the way. Now that that's out of your system, back to it. Excuse me? You heard me. Thought you came out here to learn about Chocobos, not to get revenge. Oh, meintest du dufällig das hier? Are you kidding me? This fossil is trying to get us to do his dirty work again? Yeah, okay. Chocobos is a genuine panacea. I'm kidding you not. It'll cure whatever you hurt. And once I am cured. Maybe I'll be inclined to share more stories about the good old days. He's obviously full of it. If not for him, then please, do it for me. I need to know what happened to my dad. Okay. When I said it grows above water, I meant above. It's called the floating flower, because it grows in the air. But with an ocean Chocobo, you can harvest the stuff with ease. Thirty tufts ought to do. Meinen Sie das hier? You don't want my death on your hands, do you? Hallo? Oh, you get your hands on that Chocobras. Oh, Cloud. As soon as I heard the legendary Chocobos, I was surprised. Even Hermits enjoy a dip in the pool. Da ist, äh, ein Odin. Da ist, äh, ein Odin. Zack. My Odin now. Fill his right in the pool. Let's go. I need to know what you're going to do. I need to know what you're going to do. We need to see how the ship is going to go. Es handelt sich um die Manifestation eines Ritters, der über Krieg und Tod herrscht und auf seinem Ross Slypnir alles niedermäht. Triff Odin mit einem ATB-Kommando, weiche seinen Angriffen aus oder versieh ihn mit einer negativen Zustandsveränderung, um ihn in Bedrängnis zu bringen, sodass sein Blut in Wallung gerät und er schockanfällig wird. Steckst du jedoch zu viele Treffer von ihm ein, riskierst du Odin mit deinem Kampfstil zu enttäuschen. Wenn das passiert, spricht er zuerst seine letzte Warnung aus und holt dann zum Vernichten den Schlag mit seiner Waffe Satzken aus. Oh! Also, ich darf nicht getroffen werden, sonst killt er mich instant, weil ich enttäusche. Spiegel? Letzte Warnung, jetzt hat er schon... What the fuck? Das geht ja mega schnell bei dem. Äh... Oh, ich bin doch nicht. Oh, das war gerade. Huh? Huh? You've got it. Don't worry about it. Ah? Ah là вас geht. Ah! Ah! Ja? Huh? Ah! 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 Okay, ich bin tot anscheinend. Oh, was? Hä? Äh, instant tot. Okay. Okay. Das war also Schwächungsstufe 3. Okay. Okay. Nun gut. Also Key to Victory ist, ich darf nicht getroffen werden. Ich verstehe auch nicht, da steht, wenn er wilde Wut einsetzt. Nee. Weiche seinen Angriffen aus oder versiegen mit einer negativen Zustandsveränderung. Stark resistent gegen Gift, leicht resistent gegen alle anderen. Ähm, und jetzt gibt er mir schon die letzte Warnung. Er ist immun gegen Versteinerung auch. Okay, ich bin seinem Stürmumgriff ausgewichen. Wo, wo ist... Wo ist Bedrängnis? Okay. Wo, wo ist das? Wo, wo ist das? Okay, ich brauche, ähm... Also, am besten brauche ich irgendwas, mit dem ich ihn... Mit dem ich eine Zustandsveränderung auf ihn draufkriege. Ich probiere es nochmal so. Ich muss nur mal gucken, was für genau... Also, was für Resistenzen er genau hat. So, also, er ist leicht resistent gegen D-Protes, D-Wall, D-Courage und D-Gener. Er ist immun gegen Gemach. Stark resistent... Was klappt denn überhaupt bei ihm? Zorn und Trauer? Zorn und Trauer? Aber ich glaube... Das kriege ich, glaube ich, nicht mal auf den Gegner drauf. Ah, shit. Also, die, die höchste Chance hätte ich wirklich dann mit D-Protes und D-Wall und so. Also небольш nee! Plus so, bin ich. Wenn du mal bist? Oh, Mann! Ich bin nicht Guern digest再见! Soh замken. Nicht, also das, was kommen wir erstmalig! Oh! Dann bin ich, sag ich nur.... damit ich, συ Stark. Ja! Oh! Aber an 9-4月. So, okay, ich wollte mal testen, ob die Blocks auch dazu zählen, aber das tun sie auch. Also ich muss wirklich, ich müsste wirklich all seinen Hubs ausweichen, irgendwie. Hier geht's. Needs mehr magia. Du kannst es machen. Don't worry about it. Coming at ya. Bring your fight to the fair. Got you. Ready? Hang back. Grace yourself. Ja, ich probier das mal, ich probier das mal. Das heißt, nur kürzere Laufzeit. Also, das hat gar nichts mit der Resistenz zu tun. Also, sprich, wie hoch die Chance ist, dass es überhaupt klappt. Okay, dann lass mal probieren. Ich nehm das, was seine Verteidigung schwächt. Dann Gestein raus. Geschwächteabwehr rein. So. Sarah, willkommen. Willkommen. Sarah, ich hab gestern was vergessen. Ich mach das jetzt für dich. Weil ich es gestern legit vergessen hab. Hier. Lebensstromgrün wollten wir es noch machen. Sorry, dass ich es gestern nicht versehen hab. Danach ist es mir dann nochmal eingefallen. Sehr. Ja, wir haben hier gerade ein, ähm... Ein Problem? Wir haben hier einen Kampf. Den wir nicht auf normale Weise gewinnen können. Und ich probier jetzt gerade eine Möglichkeit zu finden, wie ich das am besten mache. So, mal gucken, ob das funktioniert. Die Protests. Wo die? Ich komme. Du hast es. Okay, jetzt ist es Zeit, um zu schreien. Geh auf. Let's do this. Okay, hat funktioniert. Bisher noch keine Anzeichen von Schockanfälligkeit. Ich frag mich halt, ob die Charaktere, die nicht von mir gespielt werden, ob die auch dazu zählen. Weil das wäre ja richtig fies. Ich kann ja nix dafür, wenn die halt nicht ausweichen. So, ich probiere einfach mal den Waff jetzt aufrechtzuerhalten und passt am besten auch. Wo ist das Cutie? Das ist mein neuer fetter Glumander. Magst du ihn? Ich find den mega cute. Ich hab mal meine Follower Emotes ein bisschen aktualisiert, weil wir da irgendwie noch gar nichts Gutes hatten. Okay, das ist... Oh! Let's go! Okay, 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 okay. Offensivhaltung. Ende mit Schrecken. Irgendeinen starken Bullshit. Okay, okay, okay. Seele des Schwertgottes. Okay. Ich schätze, er hat jetzt neue Moves. Strafe des Himmels. Okay. Letzte Warn. Ja, okay, die anderen Charaktere zählen auch dazu. Leute, ich bin gerade ernsthaft im Überlegen, ob ich nicht ein Solo-Fight mache. Ohne Scheiß. Neobar-Motiv. Den beschwören wir jetzt auch zum ersten Mal. Look at him, Alter. Richtig geiles Feed. Synchro. Limitstufe plus. Und jetzt macht er schon seinen Satetsu-Kin. Was? Ey, okay. Es reicht. Es reicht. Wir machen jetzt One-on-One. Ist mir egal. One-on-one. Perrion ist King. Ja, ja. Wenn er nicht die ganze Zeit die anderen Leute trifft und dann ausrastet. So, fuck it. Reinde. Das ist Klurak, ja. Nachdem er ein paar Steroide genommen hat. Okay. Direkt mal. Direkt verkackt. Den kann ich nicht dodgen, glaube ich. Den muss ich, glaube ich, parieren. Okay, jetzt schon. Ah, Mann. Ah, Mann. Eins, zwei. Das ist wieder gut. Eins, zwei. Eins, zwei. Spiegel. Ja, Spiegel. Ja, Spiegel, Alter. Spiegel, Junge. Ist das hier eine Grundschule? Okay, ist jetzt schon vorbei. Gummimauer. Brunnen, Alter. Brunnen. Das war auch so, ja. Dann hab ich, ich hab automatisch gewonnen, weil in den Brunnen kann alles reinfallen. Ja. Shut the fuck. Was? Vorhin bin ich die ganze Zeit dem Ding gedodged und jetzt geht's nicht mehr. Okay, so. Okay, so. Oh, dann zieht der nach. Letzte Warnung. Ich frag mich, wie das gecodet ist, weil... Ich glaub, man kriegt Sachen auch wieder gutgeschrieben, wenn man ein paar Sachen gut macht. Weil vorhin war das mit dem letzten, äh, Dings war viel schneller dann. Scheiße, echt das? Okay. Spiegel. 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 Letzte Warnung. Ja, wofür? Nix gemacht, Alter. Eins. Ach. Fuck. Ah. Wenn seine Hände leuchten, spiegelt er Angriffe... Ah, okay. Ah, okay, das wusste ich nicht. Hm. Okay, okay, okay. Das ist wirklich ne unsichtbare Chargebar. Ja. Ich glaub auch. So stell ich mir das auch ungefähr vor. Puh. Dass sie zum Ende nochmal so'n, so'n Fight raushauen, so'n bisschen Puzzle-Fight. Ist cool. Ah, zu spät. Ah, zu spät. Eins. Zwei. Jetzt kommt's. Hier kommt's. Beginner. Alles gut. Okay, ich dachte, ich hätte den geblockt, aber anscheinend nicht. Das ist okay. Ja, jetzt kommt die letzte Warnung. Und dann macht der Spiegel. Schatz. Warte, wenn seine Hände glühen, sehe ich es irgendwie nicht so ganz. Der Helmbrecher macht das. Ach, meine. Ich dachte, das wäre verschrieben. Ich dachte, das wäre ein Typo. Meine Hände glühen. Okay. Claudia Hände. Was? Ich habe geblockt. Nein. Ah, ich sehe es. Okay. Das heißt, währenddessen darf ich kein ATB-Shit machen. Ich habe es halt immer noch. Okay, und jetzt macht er schon ein Ende. Cool. Das ist fair. Das ist fair. Das ist fair. Das ist fair. Ich habe geblockt. Schwein. Fucking Cheater, Alter. Letzte. Junge. Ich habe hier auch eine letzte Warnung. Scheiße, okay. Also vom Helm-Dings muss ich weg. Weil, wenn ich blocke, kriege ich den Debuff auch. Manchmal kraft der Dodge, manchmal nicht. Na, da muss ich weg. Raus dodgen. Da kriege ich keinen Debuff. Eins. Zwei. Machbar. Ist 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 machbar. Das war das Teil. Das war nicht das Teil. Und jetzt habe ich es wieder nicht geblockt, weil fucking Animation blockt. Unspite. 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 Ich bin halt alleine, ja ja klar, nee, das ist, das ist klar. Ach, dann rennt er noch mal drüber. Äh, jetzt kommt noch hier Phase 2, wo ich noch gar nicht weiß, was er eigentlich macht, ist ja super. Was ist das? Keine Ahnung. Dodgen, Traumschlitzer, okay. Keine Ahnung. Strafe des Himmels, ja, keine Ahnung. Die können einfach, einfach rumdutschen. Was, warum? Das ist doch ein Huso, ey. Ich, ich mach mir jetzt, warte, ich, ich. Wir müssen da, wir müssen da so ein One-on-One-Setup machen, warte mal. Das ist, jetzt mach ich nicht alles rein. Ich brauch Hast. Ich, 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 ich mach jetzt ein komplettes Setup nur für fucking Odin, Alter. Es, es reicht. Es reicht. Shut the fuck up, Tim. Okay. Überlege zum Beispiel zurück auf die Prachtklinge zu gehen, weil, die am meisten physische Attacke hat. Nee, das ist ja, das ist ja, das wäre ja langweilig. ATB-Shock brauchen wir auf jeden Fall. Analyse brauch ich im Moment ja nicht mehr, der ist ja analysiert. FP-Boost kann raus. So, dann Prachtklinge. So, hier noch was cooles. War, war kühlenreif. Ja. So, Cosmo-Writte-Auszeichnung. Stärke und Magie um 5%. Nee. Da machen wir was cool aus. Beschleunigtes Aufladen der Limitleiste bei erfolgreichen Blocken. Vielleicht sowas. Lädt Limitleiste geringfügig... Geringfügig... Erhöht... Ich weiß nicht, was besser ist. Aufladungsmenge der Limitleiste um 10%. Oder... Beschleunigung bei Blocken. Naja, ich weiche viel aus. Also ich glaube, dass Aufladung besser wäre. Das wäre eine Option. Ich glaube nicht, dass Sofort-Tot-Maßnahmen bei dem helfen. Das ist ja kein Tod, der killt einfach. Greift der ultimativen Kraft vielleicht. Für mehr Stärke noch. Die Sache ist halt... Also der meiste Damage kommt letztendlich dann wirklich von meinem Limit-Break eigentlich. Aber wenn ich den geschockt habe, dann habe ich meinen Limit-Break glaube ich sowieso schon. Auch auf normale Art. Also mache ich hier... Zack. So. Mehr ETB. Mehr ETB. Mehr physische Attacke. So. So. Und jetzt, was machen wir an Materia rein? So. Materia. Alles, alles, was mich, meine Mann, Damage boostet. Wiederbeleben brauche ich nicht im Moment. Die Abwehrsachen. Oh ja. Definitiv die Abwehrsachen. Ja. Effizientes blocken. Präzise Abwehr. Ist ETB-Shock, ist das eigentlich stackbar? Wenn ich zwei davon drin habe und ich kriege Schock, kriege ich dann zweimal. Das wäre ja fett. Feintechnik. Stärke plus fünf. Und wir können situationsbedingend auch ein paar coole Sachen machen. Zeit für Hast. Heilen. Die Elementar-Affinität bringt mir in dem Fall auch gar nichts. Vielleicht einfach sowas wie, genau, nochmal Kraft. Junge. Dieses Bild. Und vielleicht ein Glücksboost für mehr Crit. Ist das das Setup? Ich glaube, ich glaube, das ist das Setup, Leute. Ich glaube, das ist es. Fast 300 Attack. Aber wenn ich das eh so spiele, theoretisch könnte ich das auch mit Tiefer machen. Ohne Witz, wenn ich genau das Bild hier spiele, aber mit Tiefer. Das wäre natürlich auch möglich. Ich probiere es jetzt erst mal mit Cloud. Mal gucken, wie das, mal gucken, wie das jetzt sowieso so allgemein funktioniert mit diesem Bild. Ja, ja, Chetley. Interessiert keine Sorgen. Es gibt eine Variante und sind für beide. Du solltest eine, die du findest. Eine bestimmte Shop-Karte könnte sein, dass... Ich weiß halt nicht, ob es das wert wäre, wenn ich irgendwie so einen Support-Charakter dabei habe. Das Problem ist halt echt, wenn die getroffen werden, dann ist er auch sauer und das ist halt richtig mies. Ich probiere es mal erst nochmal Solo. Einfach mal gucken, wie groß jetzt der Unterschied überhaupt ist. Ich muss ihn halt nochmal jetzt schocken, um zu sehen, wie das ist mit... Oh, wieso hat das jetzt wieder nicht geduscht? Double Time, Alter. Let's go. Das kannst du gerne weiterspammen, von mir aus. Eins, zwei. Okay. Das zweite ging nicht raus. Los mal. Ey, ich mach's doch. Das lohnt sich schon. Aber ich will auch nochmal weiterspielen. Okay. Da muss ich aufpassen, dass das auch... Oh, shit. Dass das auch Damage macht. Ich versuche das. Selbstzerstörung. Eigentlich ist der Move voll OP, what the fuck, 8000 Damage? Das war kein Limit-Break. Selbstzerstörung. Einfach 8000 Damage. Das ist Turan schon. Oh, fuck, das ist eine Dreierkundung. Das ist eine Dreierkundung. Ich hab noch ein bisschen Haste. Teilen ist eine Tugend? Ja. Jetzt hab ich den Debuff. Zählt Beschwörung auch zu... Ne, okay. Das wird nicht gespiegelt. Ich dachte... Ach, ja, toll. Das wird aber funktionieren, Leute. Der Damage ist crazy. Der Damage ist... Der Damage ist brutal. Also, wenn ich das zweimal schaffe, dann ist er tot. Auf jeden Fall. Das ist es, Mann. Ich sehe. Ich sehe das Licht. Ich sehe das Licht am Horizont, Mann. Ich sehe es. Das wird funktionieren. Definitiv. Jetzt ist nur noch Gitgut. Einfach nur Gitgut-Time. Gitgut. Ich hab geblockt. Spiel cheated. Just in case. Just in case. Mother. Whatever. Huh? That's it. Huh? Huh? Try this. No, you're mine. Huh? I'm ending this. Geh! 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 heat! chuuuahh! Geh! 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 Gah! Okay, Dimensionsriss, was ist das? Okay. Oh. Achso, okay. Alles klar, alles klar, okay. Das ist okay. Oh, ich hab Gemach, okay. Ich muss wieder Hass auf mich machen. Ich sehe nichts. Okay, okay, ist weg. Okay, mein Gemach ist jetzt auch weg. Okay, gut. Letzte Warnung? Wofür? Du hast mich nicht getroffen. Dann ist es echt so eine Bardi, die auch langsam nach oben geht. Und jetzt kommt so ein Tetskin. Du bist so gut wie tot. Hä? Er hat mich, er hat mich halt kaum getroffen, to be honest. Wow, ich glaube, es würde so sein, wie das. Hä? Das liegt an der Esper? Stimmt, die werden ja auch getroffen. Das kann sein. Ich glaube, ja, könnte sein, könnte sein. Ja, ja. Good point, good point. Okay, ohne Esper. Actual one-on-one. Let's go. Let's hustle. Come on. Let's go. Oh, das war schnell. Der Fight ist geil, weil du bist irgendwie dazu auch gezwungen, dass du wirklich aggressiv spielst. Was soll's halt nie der Fall ist hier. Das ist saugeil. Ich hoffe, du bist bereit. Okay. Ah, der Tröte. Ah, der Tröte. Ah, der Tröte. Ich hoffe, es geht nicht. Ah, der Tröte. 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 Wenn ich ihn auf der Seite bleib? Achso, dann bin ich safe. Okay. Ja, umso besser. Okay, ich darf nicht. Ja, okay. Ich muss in sein Dings reinlaufen. Okay. Sonst ist er enttäuscht und oh, der will nicht mit mir spielen. Wie so ein Kleinkind, ey. Gott der Kleinkinde, Alter. Das ist er. Gehört, Odin? Gott der Kleinkinde. Nur am Quengeln die ganze Zeit. Der spielt nicht so, wie ich spielen will. Okay, so. Jetzt. Ja, mach dein Ding. Ja, zack. Wirkungslos. Ja, toll. Zack. Was? Ist er, warte, kann ich gemacht? Ne, ist er immun. Er ist immun. Er ist immun gegen ihn. Natürlich. Natürlich ist er was. Hier ist er. Das war's. Einfach nur, for good measure, mache ich jetzt noch Regener auf mich. Kann ich nämlich gerne in sein Scheißfeld kann ich rein. Voll egal. Oh, jetzt ist er wild. Oh nein, jetzt ist er böse. Geht's nicht so ganz, ne? Wie du dachtest. Geht nicht, ne? Oh, geht's. So, instant. Ende mit Schrecken. Siebfaltung. Go, go, go. Regina! Drei. Traufe des Himmels. Bam. Wirkungslos. Hättest du gerne. Grundspalter. Drei. Ist das Licht? Nö. Teilen ist eine Tugend. Oh. Das war der. Geh, bei dem weiß ich noch nicht, den muss ich wahrscheinlich parieren auch. Eins, zwei, drei. Ach ja, Spiegel. Da spiegelt er nochmal. Ja, ja, ja. Wirkungslos. Wirkungslos. Ach, okay. Ey, das ist aber echt ne Bitch, ganz ehrlich. Ne richtige Bitch. Oh, du hast ihn. Puh. Mir ist das egal, wenn das jetzt noch den ganzen Stream lang dauert. Wir schaffen das. Wir schaffen das one on one. Ich könnte einfach auf normal oder easy stellen wahrscheinlich, aber... Das machen wir nicht. Show me how it's done. Yes. Put your foolish ambitions to rest. Aufzuschmelden. No, going in. Bring yourself. Let's go. So long. Zwei, zwei. Okay, man kann es blocken, aber ja, dann habe ich halt den scheiß Debuff. Ich bin so doof, ey. Ich weiß doch, dass ich es habe. Ich weiß doch, dass ich es habe. Ich muss einen Weg finden, dieses, ähm, wie heißt der Angriff? Der neue Helmspalter. Ich weiß nicht, ob, wenn man den perfekt pariert, ich weiß nicht, ob man dann den Debuff nicht kriegt, weil ich glaube, ich kann nicht davon rausdodgen. Außer ich, ich könnte mal probieren, durch ihn durchzudodgen nach vorne. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Let's be smart. Hier kommt es. Ich hoffe, ihr Reck hat es geschafft. Entschuldigung. Entschuldigung. Try this. Okay, also in seine Dimension rein. Ja, komm. I challenge you. Komm her. Na, zufrieden bisher? Okay. Ich auch. Try this. Let's hustle. Okay. 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 We promise you guys. Okay. Okay. Ehm. How much Chinese? Wooh! Da ist es! Let's go! Let's do this! Seele des Kriegs Gottes! Kronos Kerker? So much for being a mercenary. Okay. Das finde ich scheiße. Weil das... Das... Okay, ja, okay. Man muss ihn also am Ende bürsten, sonst... Okay. Das ist ein bisschen lame, finde ich, fürs Ende. Ja. Na gut. Double time. Just use... Try this. Try this. No, you're done. Okay. Here it comes. Hey. Whatever. Time to get serious. Hey. Hey. Huh? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, dann mach ich ihn jetzt vielleicht nicht ganz tot, sondern... So, okay. Vielleicht so? Ja, okay. Scheiße, okay. Ich weiß halt nicht den, ähm, den, 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 den Wert. Warte, hä? Okay, jetzt hat er's noch nicht gemacht. Hä? Okay. Let's try that again. Bin tot, ja. Was ist denn, wenn ich einen Limit-Break mache, während er so einen Tatsachen macht? Das zählt wahrscheinlich nicht, ne? Ja, okay. Weil sonst ist man während des Limit-Breaks ist man unverwundbar. War ein Testwert auf jeden Fall. Ich, ich brauch vielleicht wirklich noch, ich brauch vielleicht wirklich noch, ein D-Protest für ihn, fürs Ende und für mich ein, äh, Courage. Dass ich einfach noch mehr Damage-Potenzial hab. Mit meinem letzten Burst. Try this. Double time. Try tiefer, das können wir auch probieren, aber... Ja, ja, doch, ja, können wir, können wir. Das ist auch ne Idee, ja. Dass ich quasi genau... ...die Strategie hier mit ihr spiele. Es ist auf jetzt. Er ist ein bisschen schneller, wenn er das macht, oder? Da kommt mir das nur so froh. So minimal. Wilde Wut auf jeden Fall ist schneller. Let's finish this. I'll end this. Any last words? Ich, ich, ich mach ihm schon. Ich mach ihm ungefähr die Hälfte. Wenn ich den vollen Burst mach. Also ich glaub, es würde auch mit Buffs gehen einfach. Aber ich hab noch keinen Regina. Regina! Hey, nicht ausschliessen. Lass mich rein. Kann ich eigentlich das Gemach hier wegmachen mit Hass? Nee, okay. Ja, ich mach ihn. Ich versuche das. So, wir wollen wieder hast. Double time. Sand herzukehren? Warum? Du Bastard, Alter. Du bist so ein Bastard. Okay, Moment. Ich muss mal tiefer gucken, welche Attacke ich da spamme. Chadley? Schnauze. So, tiefer. Tiefer Physical Attack Build. Da geht's direkt hier schon los mit den fucking Kaiserhänden, die einfach... Okay. Jetzt schon 300. Aber das ist, warte, das ist Magic Attack. Gibt's noch irgendwas, mit dem ich eventuell mehr bekomme, als mit den Kaiserhänden? 20 plus 20. Das wäre so viel. Sylph ganz sicher nicht. Das ist eher so Mage-Shit. Das ist mal der Drachenklau. Und wie viel kann da rein? Äh. Ja, okay. Also, ich glaube, die Kaiserhände... Die Kaiserhände wären es dann. Äh. Der ganze Kram hier ist halt ziemlich lame. Alle, alle, alle Abilities hier, die ich noch reinmachen könnte, sind echt scheiße für das Ding. Warte, was war am zweitbesten? Drachen, ne? Die haben halt auch nicht viel... Äh. Erhöht den Schaden von Spezialfertigkeiten. Na gut, Spezialfertigkeiten sind die auf Dreieck. Womit skaliert Feindtechnik? Äh. Es kommt jeder darauf an, ob es halt eine physische oder eine magische Attacke ist. Normaler Angriff oder ATB-Ladebonus. Das könnte man halt machen. Ja, fuck it. Wir machen Kaiserhände. Wir machen Kaiserhände. Und natürlich war Kühlenreif. Was auch immer Cloud gerade anhat. Genau. Das Ding. Das gehörte ihr ja sowieso. So. Ich könnte halt einfach die... Bisschen mehr HP könnte ich reinmachen. Ich könnte magische Attacke reinmachen für ein bisschen mehr Heal. Das mache ich einfach so. Ich muss dringend, ich muss dringend pinkeln. Ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da. Amen. Amen. So. Das wird nachher richtig nervig, das alles wieder zurück zu machen hier. Kann man auf die bisschen, auf das, auf das scheiße ich, das braucht man nicht unbedingt. So. Jetzt im Prinzip genau das gleiche Setup wie bei ihm. So. Aber wir wollen das, wir wollen das mal. So. Und dann geht das noch mal. Willkommen auf die Sache, Ich brauche die Sache, wo wir eine andere und sagen, dass es zurück, wir werden die Sache hinbeziehen. Und dann kann man sich das einfach. Die Sache, wir wollen das nachher. Wir wollen das hier vielleicht nicht. Irgendeine Blockmaterial fehlt noch. Ich glaube, ich habe einen Glücksboost, habe ich zu viel oder so. Genau, präzise Abwehr. Effizientes Blocken, präzise Abwehr, TP-Boost. Oh, okay. Einen TP-Boost habe ich auch zu viel. Und es fehlt noch Feindtechnik. Okay. So. Physische Attacke 341. So. Okay, Haken tritt. Wir müssen jetzt halt mal ein bisschen Theorycraft mit ihr, weil ich nicht genau weiß, was bei ihr am meisten DPS macht. Rückwärtshalter ist auf jeden Fall mein Schockding. Entfesselung. Ich weiß ja nicht, ob zum Beispiel, also auf Hochtouren und danach der Haken tritt, ob das mehr Damage macht als einfach zweimal Haken tritt. Also es sollte mehr Damage machen natürlich, sonst wäre es ja irgendwie doof, aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. So, also die Kombo wäre dann entweder, genau, Viereck-Viereck oder Kreis-Viereck. Das verstümmische Umsturz. So. Sehr. Schädli. Alter, Schädli, ne? Du bist als nächstes dran. Nach Odin bist du dran. Ganz ehrlich. Ich weiß, wie die Sphäre funktioniert. Alles gut. Ich werde die auch wahrscheinlich nie benutzen hier. Ich mache die gerne gegen mehrere Gegner. Nur das andere Ding benutze ich halt noch weniger, deswegen habe ich es gerade geändert. So, erstmal ein bisschen einspielen hier mit ihr. Das ist klappt! Da! Wir brauchen einen Mittaker, ich ktse piuche. Wir brauchen ihn nach vịchten. Das praktische bei ihr ist ja auch noch, dass sie, äh, mega schnell ist. Also allein schon vom Laufen her und von ATV-Generation ist sie halt weitaus so fixer als andere. Oh, das habe ich nicht gesehen. Fuck. So, okay. Dann testen wir jetzt mal. Ich mache jetzt einfach mal zweimal Haken-Tritt. Ja, so 3300 bis 3400. Ja, so 3400. Ach. Was? Wo kommt denn das hier? Scheiße. Das hatte ich nicht aufschirmen. Ja, toll. Hat mich ein Helmenspalter getroffen? Ne, kann eigentlich nicht sein. Dann war es irgendwas anderes. So, okay. Ja, aber Damage bei ihr ist halt super hoch. Allein schon, weil sie... Stimmt, sie kann ja auch... Oh, Moment. Sie hat noch was anderes cooles, fällt mir drin. Kann sie nicht mit ihren... Hatte die nicht irgendwas, was die Schockprozentzahl höher treibt? War das nicht sogar ihr Dreieck? War das nicht so, was die Schockprozentig ist. Oh, ich dachte, es geht durch. Okay, dann probieren wir jetzt mal auf Hochtouren. Und dann hakt ein Dritter nach. Ist es mehr Damage? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ist genau das gleiche. Oh. Ich glaube, es geht durch. Keine Ahnung, was das jetzt wieder war. Ich habe am Anfang ein paar Mal was gefressen. Ach komm, da kann ich ja eigentlich schon wieder... Direkt verkackt. Nein, ich wünschte, man hätte dafür eine Leiste, dass man das ein bisschen besser beurteilen kann, was da genau passiert. Das würde mich nämlich echt mal interessieren. Ich muss kurz mal einkaufen. Okay, dann ist es jetzt Zeit. Ich bin in Clear. Alles klar, bis gleich. Das dauert bestimmt... Es dauert bestimmt eh noch ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's. Mann, das ist so schnell und ich kann mich nicht dran gewöhnen, dass es so schnell ist. Ja, okay. Bam, bam, bam. So. Und jetzt. Auf Hochtouren. Okay, das war mehr als die Hälfte. Okay. Nicht übel. Let's defile. Warum? Jetzt machte schon einen auf Kriegsgott los. Ey, das ist doch... Das ist doch verarschend. Das ist... Das kann nicht sein, wie es endet. Ich kann mir echt nur vorstellen, dass... Das funktioniert, indem es da irgend so so ein Damage-Wert gibt, den du einfach nicht erreichen darfst. Was mich dann wiederum auf die Idee bringt, das ist, wenn man mehr Defense hat. Ist es dann vielleicht sogar... Dauert es dann vielleicht sogar länger, bis er ausrastet? Weil in der Phase am Ende wurde ich gar nicht mehr getroffen. Und zwar echt nur... Der Damage von dieser komischen, ähm... Arena, die er da macht. Dauert es dann, bis er in der Phase am Ende ist. Oh, scheiße. Okay, das kann ich schon wieder vergessen jetzt. Zu viel. Zu viel. Let's move. Come on. There, bring it. We can do better. No more games. It's going to be better. Gotcha. There. Think fast. Not bad. Gotcha. Bring it. Enough. Think fast. Down. Down. Wissen wir nicht einfach nur Hakenkrips bin? 4000 3000 Also 7000 Wieso letzte Warn? Doch nur weil ich jetzt Schaden da drin nehm' So ne Kacke Oh, sie kann da weg dodgen Oh, sie kann da weg dodgen Ist ja okay Wieso bist du denn jetzt so ein Arschloch? Bei Cloud wär er halt nicht so krass drauf Das ist richtig dumm Ich, ich muss noch mal was probieren Hier mit diesem komischen Feld Ob der wirklich dann Ob das vielleicht letztes Mal Zufall war Dass der direkt dann Sandhedskin gemacht hat Weil das ist ja irgendwie doof Dass man da quasi rein soll Und es ist dann aber auch irgendwie wieder schlecht Er weiß einfach nicht, was er will So, hast du schon So, hast du schon So, hast du schon So, hast du schon Also bisher Mach das noch nicht Okay Okay, vielleicht war das echt Ein ganz dummer Zufall Vorhin einfach nur Dass wir dachten Wir müssen da rein In das andere Feld Weil bisher macht er noch gar keine Mucken Irgendwie Okay, gut Das hilft dann doch schon mal viel Dann mach ich jetzt hier meine Entfesselung hoch Okay Und Spalter Wenn er jetzt noch mal gleich Mit seinem Pferdchen rumspielt Dann habe ich eine Reelle Chance Dass wir ihn schaffen Komm Tschüss Jetzt ruft er das halt schon Komm, lass dich schocken Lass dich schocken Trausame Gelingen Was ist denn jetzt? War er wieder? Oh, vier Okay 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 Jetzt habe ich Darf ich keine ATB machen? Letzte Warnung Ja, toll Jetzt kann ich nichts machen Mach halt deinen Spiegel Scheiße, Mann Okay Also einziges Problem jetzt noch Valkyren-Dings Davon darf ich nicht getroffen werden Sonst kann ich ihn halt nicht finischen Okay Wir nähern uns aber dem Ziel Das ist mal Entladung Da Entwäsche Stotsch, dotsch, dotsch Druck machen Druck machen Lock Hector Wärmbrecher Fährt goes crazy 1, 2 Ah, zu spät 1, 2 Okay Wir machen einfach nur eine Sprengfaust Okay Das Hoch tun Haken tritt hinterher Bam Gibt die Damage Mase 2 So, jetzt wissen wir Wir müssen da nicht rein In die Dimension Wir bleiben schön draußen So Regina drauf Oh, jetzt macht er doch letzte Warnung Vielleicht Muss ich ihm vielleicht folgen Ist das vielleicht das Problem Oh, jetzt können wir Okay, okay. Okay, okay. Scheiße, jetzt habe ich nicht... Ich glaube, ich habe verkackt, indem ich nicht genug WTB habe. Oder? Scheiße, ja. Ja, da komme ich jetzt nicht raus. Jetzt bin ich tot. So, das, was er gerade auf mich macht, ist Stopp, oder? Wenn ich vielleicht, wenn ich vielleicht ein Anti-Stop-Item nehme, vielleicht funktioniert das hier dann nicht. Ich weiß ja nicht, das sieht aber so Forst aus. Ich weiß nicht. Okay, ich habe noch eine andere Idee. Okay. Shut the fuck up, Jettel. Okay. Ich mache einen TP-Boost raus. Für gestärkte Attacke. Ich überlege ernsthaft, ob ich noch was rausmache. Vielleicht sogar den TP-Boost, wobei sie dann sehr squishy wird. Überlege, ob ich den TP-Boost auch noch rausmache und ihr dann wirklich so ein Setup gebe, wo sie seine Abwehr schwächen kann und ihren Angriff noch stärken kann. Einfach so Burst. So quasi der ultimative Burst. So quasi der Amtsenberg. So wie das? Also der Amtsenberg. So ein Tor. So ganz schön. Let's move! Come on! Let's turn it. Aha! Come on, go! Nothing to worry about. Not so tough. There! You ready? It's not... It's for it all! Still here. Gotcha. Enough! Gotcha. Go! Ah! Kommt so schnell raus manchmal. Give him your all! Aha! Gotcha! Yeah! Come on! Gotcha! There! Bring it! There! Yeah! Bingo! Ha! 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 What?! Ha! Bring it! Ha! 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 I can't... I won't... Ha! 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 Jetzt schon! Ha! There! Ha! Oh fuck Das ist schlecht Ja Ja am besten ist es echt Wenn ich den irgendwie so Über 50% der HP halte Und das dann Komplette runterbürste Sobald es geht So Das mal Entladung Branche Das mal So, hier genau, hier gar nicht mal so übertreiben. Eins vielleicht noch, ja. Dass er jetzt auf jeden Fall nicht direkt in seine dritte Phase reinkommt. Jena? Okay, er ist auf der Seite, das ist schon mal gut. So, jetzt mache ich Entfesselung. So, jetzt habe ich hier meine fetten, meine fetten Burst-Mups. Fuck, ich werde es jetzt schon mal. Fuck, ich werde es jetzt schon mal. Nein, ich dachte, es war stärker als das. So entweder ich muss halt lernen, wie ich die so perfekt pariere oder wir skippen die halt. Das ist so eine Timing-Sache dann. Das ist so eine Timing-Sache. Das ist so eine Timing-Sache. Das ist so eine Timing-Sache. Hm? Das ist so eine Timing-Sache. So, nicht zu viel. Dieses Mal habe ich ihn noch ein bisschen mehr gelassen als letztes Mal. Regina. Komm schon! Ja! 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 JasAM Ja! Ja! Scheiße, jetzt. Jetzt muss ich halt hier kämpfen, weil er da ist. Das wird f�� ! Ja! 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 Das wird frei! Ja! 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 Warte! Eins, zwei, zwei. Okay. Fuck. Nein. Und jetzt verkacke ich halt so. Und jetzt kommt es wieder auf den Weg. Und jetzt kommt es wieder auf den Weg. Und jetzt kommt es wieder auf den Weg. Da, 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 da! There! Gotcha! Ha! Da! Ya! Da! Ya! Gotcha! Get down! Ya! You ready? Come on! Ah. Don't think you'll walk away for night! These animation dots. Es ist auch wirklich nur ein Problem, wenn er in der Phase hier drin ist. Wenn er so mega schnell ist. Geh es auf! Nicht bis zu dem Limit und beyond! Es gibt keinen Weg! Hier! Zeit zu fliegen! Den Rest lasse ich ihm noch. Bitte was? Das hat mich getroffen? Nichts zu dem. Stopp! Jetzt kriege ich die letzte Warnung. Fuck. Ach, und das habe ich auch. Ja. Ah, Kaktis. Im Prinzip ist es vorbei, wenn du einmal halt von diesem Spiegelscheiß getroffen wirst, weil... Also nicht vom Spiegelscheiß, sondern von dem Scheiß, der ihm dann erlaubt Spiegel zu machen. Weil du kannst halt keine ATBs mehr benutzen. Und dann... ...was zu tun. Chillen kann man halt auch nicht. Nichts zu tun. Ja! Da! Lass uns gehen! Jetzt ist mein Timing auch richtig mies? Ja! Ja! Ich habe bisher noch nichts verwehrt. Okay, endlich. Das war gut. Das ist gut. Das ist gut. Okay, nicht zu viel. Das ist gut. Das ist gut. Und er geht da rein, wo wir Schaden kriegen. Leider. Ja, jetzt ist... Das ist doch... Das ist doch kacke. Das ist einfach dumm. Ich glaube, ich verstehe dieses... Das mit der Dimension verstehe ich falsch. Da muss es irgendeine andere Erklärung für geben. Es ist ja dumm, dass es irgendwie so eine 50-50 Chance ist. Ob der jetzt halt in der normalen Dimension bleibt oder halt in die andere geht. Hervorragende Start. Oh ja, das ist hervorragend. Hervorragend. Könnte besser nicht laufen. Okay. 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 Schon besser. Gorn besser. Und dann geht es weiter. Und dann geht es weiter. Kannst du das? Ach, du hast es das gesehen? Wie hast du das gesehen? Ich glaube nicht. Wie hast du das? Hast du das gesehen? Willkommen zurück, du hast noch nichts verpasst. Ich bin hier einfach nur sehr stark am Theory-Craften. Okay, wir kämpfen in dieser Dimension. Ja, der Mondspalter hat mich erwischt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt in dem Fall? Ich kann nichts machen. Das ist so doof. Ja, ach Mann. Ne, also im Moment probiere ich halt so mit Buffs und so irgendwie hinzukriegen, dass ich ihn quasi so kurz über 50% lasse und dann will ich ihn halt irgendwie geschockt kriegen und dann kann ich ihn glaube ich von 50% auf Null einfach durchbursten. Das ist so meine momentane Herangehensweise. Aber irgendwie ist er gerade sehr gemein zu mir. Ja. 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 1, 2, 1, 1, 1, okay. Da ist ein Harkentritt, so, jetzt ist er ungefähr bei 50%, da würde ich ihn haben, da lasse ich ihn jetzt auch. Das Problem ist, wenn ich ihn zu low kriege, geht er in seine letzte Phase rein und da ist er ein richtiger, ein richtiger Bastard. So, und das hier, das hier verstehe ich noch nicht so ganz, manchmal geht er auf die Seite, manchmal geht er auf die andere Seite. Und je nachdem, wo er ist, habe ich es einfacher oder schwerer und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich das, dass das eigentlich fast nicht sein kann, dass ich da eventuell irgendwas falsch verstehe. Oh, okay. Naja, jetzt genau, da will ich ihn ja eigentlich nicht haben. Ich habe das, ich weiß, dass ich es gemacht habe. Ich glaube, das funktioniert, aber ich verkacke gerade immer so gegen Ende. Immer wenn der so in die letzte Phase reinkommt, vielleicht lasse ich ihm einfach, vielleicht lasse ich ihm noch mehr HP. Das war zu früh. So, passt. Das war gut. Rundbrecher. So, erstmal die Ladung. Okay, ich dachte eigentlich, das hätte gestimmt, aber hat es nicht. Ja, okay, ähm... Genau, ich muss meine Entfesselung hochkriegen. Oh, das war einmal unnötig. So, eins, zwei. Eins. So. Ja, vielleicht, vielleicht mal so viel. Und dann heile ich mich einfach noch mal. So, jetzt sollte er auf jeden Fall nicht instant in die letzte Phase wieder rein. Okay, er geht wieder auf die Seite. Shit. So, und jetzt mache ich Depotes auf ihn. Und Courage auf mich. Nichts, was zu bemerken. Komm schon! Und bitte lass dich nicht vom Mondspalter krachen. Ja, 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 ja. Und Spalter, okay. So, jetzt brauche ich wieder Hast. Er braucht wieder Depotes. Okay, gut, 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 okay. Jetzt brechen. Er will geschockt werden. Der gute Mann will geschockt werden. Dodge. Okay, super gefährlich, super gefährlich, super gefährlich. Vier Angriffe. Valkyren. Oh. Oh, oh. Erlaubt wird. Und... Block. Rausame Klinge. Vergessen, was das war. Okay, Vierer. Dodge das, okay. Okay. Pronoska, fuck. Nein, bitte nicht. Nein. Nein. Jetzt bin ich tot. Was? Es hat aber ne Zeit. Es hat ne Zeit. Es läuft aus. Das ist so ein Bullshit, ganz ehrlich. Ja, komm, ich equippe jetzt. Ich equippe dann halt... Ich probiere es jetzt mal mit einem Anti-Stop-Item. Ich glaube, ich habe sowas. Ich hasse es, dass man... Ich hasse so'n Scheiß halt. Dass du halt mit sowas dann am Ende geschießt wirst. Das ist echt lame. Alles andere ist cool, aber das ist lame. Anti-Stop. Ich hatte ihn halt... Ich hatte ihn fast geschockt. Hätte ich den Schock rausbekommen am Ende... ...und er hatte echt so einen Millimeter oder so, der noch gefehlt hatte... ...dann hätte ich gewonnen. Habe ich überhaupt irgendwas gegen... ...gegen Stop? Das da. Schutzstiefel. Ne, den spielen wir auf jeden Fall nicht. Ne, 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 du. Den wollen wir nicht. Ich weiß halt nicht, ob das überhaupt funktioniert. Es kann sein, dass das halt trotzdem durchgeht, weil... ...weil fair und so. Zu spät. Zu früh. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Es ist nichts für mich. Geh! Bring it! Give them your all! Don't think you'll walk away from this! No! There's no escape! Ha! Bingo! Come on! There! There! Bring it! Head up! Gena? Wir sehen jetzt glaube ich sowieso gleich ob es funktioniert oder nicht. Wenn der nämlich seine komische Dimension macht und wir werden geslowed dann wissen wir dass die Schuhe sowieso nicht helfen. Äh Bingo! Ha! There! Jetzt macht er so ein Tetsuken oder? There! Stop! Ist er sauer weil ich auf der anderen Seite war? Das verstehe ich halt noch nicht so richtig. So die Proteste auf ihn. Ja letzte Wahn. Ja. Er ist jetzt sauer weil ich nicht auf seiner Seite war. So ein Scheiß. Okay. There! Come on! Stop! 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 Okay. Okay. Okay, 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 okay. Das hier. Auf Hochtouren. Und dann Limit Break. Das ist der Weg, um es zu tun. Das ist für eine Erleichterung. Auf dynamisch auch, auf dynamisch. Wobei ich glaube, das macht nicht viel Unterschied auf den anderen. Wobei du kannst, wenn du auf einfach spielst, kannst du ihn wahrscheinlich viel früher schon bürsten. Wahrscheinlich bei 75% HP oder vielleicht schon von 100 oder so. Dieser, dieser, genau, dieser, dieser, dieser Göttinnensohn, dieser, ja. Meteorit. Dunkle Künste. Erhöht die Attacke von Fertigkeiten bei ihrer Ausführung, werden dafür aber eigene TP verbraucht. Oh, Dark Knight, Alter. Uh. Auf der höchsten Stufe 20% mehr Attack. Uh. So, und jetzt habe ich unser ganzes Setup hier verkackt. Und jeder hat jetzt andere Materia und Ausrüstung. Oh, fuck. Okay, mal gucken, ob wir das wieder einigermaßen hinkriegen. Hier, den Kraftfresser. Kraftfresser. Der Walkürenreif. Ich ziehe schon mal den Walkreif Plus. Ah, er hat das... Ja, okay, passt ja. Bei ihm Kosmoriter. Genau, und du willst jetzt keine... Jetzt haben wir aber nicht rausgefunden, ob die Schutzstiefel in dem Kampf immun machen gegen Gemach und, äh... Und Stopp. Weil er jetzt gar nicht dazu gekommen ist. Naja, okay. Ich glaube, ich lasse ihr die... Ich lasse ihr die Hände, weil... Das ist ja wirklich genau das, was sie will. Sie will ja hier physischen Damage. Das passt schon so. Oh je. Also, er hatte auf jeden Fall nicht Elementar-Affinität und Glut. Gesundheit. Oh, fuck, Alter. Er hatte die Elementar-Affinität. Und diese Elementar-Affinität hatte sie. Und genau, er hatte auch... Äh, das und... Zeit hatte er auch. Und ATB-Schock hatte er. Sie hatte die Glücks-Bustes... Bustos. Feintechnik hatte Red. So, sie hatte Geloot. Genau, sie hatte nämlich die drin. Und er hatte... Blut und Frost drin. Widerstand Toxin. Das hatte... Hatte das Red? Oh, scheiße. Jetzt geht's los nämlich. Jetzt geht's nämlich los. Nee, Red hatte Zeit. Red hatte Zeit mit Amplifikation. Genau, AOE-Zeit hatte er. Ja. Cloud hatte auf jeden Fall noch Analyse. Scheiße, Chat. Help. Äh, die Block-Dinger. Wo sind die jetzt hin? Ist gar nicht mehr equipped. Genau, die, die, die Block-Dinger, die zwei. Die hatte er doch. Der hatte, der hatte... Widerstand und Toxin hatte er nicht, ne? Das war woanders. Das war bei Tifa. Ja, das war genau. Das war bei Tifa. Die hatte die zwei Sachen. So. Bei ihm fehlen jetzt die ganzen Block-Dinge. Genau, nämlich präzise Abwehr hatte er auf jeden Fall. Und effizientes Blocken hatte er auf jeden Fall. Oh, Geschwindigkeit. Wann haben wir das bekommen? Oh, das ist ja auch gut. Oh, Schnelligkeit plus 5. Wer ist denn super schnell? Tiefer noch. Das wäre vielleicht noch eine Idee. So, ich glaube, das Einzige, was Red jetzt noch fehlt. Ah, er hatte, genau. Er hatte noch FP-Boost. Mit TP-Boost. Hier gebe ich jetzt auf jeden Fall noch Komet. Dazu wird das haben. Äh, Meteorit. Das ist auch super nice auf ihr. Genau, er hat einen TP-Boost. Ihm fehlt ein TP-Boost. Okay. Das ist dann wahrscheinlich einer dieser Dreier hier oben. So, was fehlt jetzt bei Cloud? Anscheinend keine Lila. Definitiv ja auch keine Gelbe. Genau, FP-Boost hat er noch, ja. FP-Boost mit TP-Boost. Ich weiß legit nicht mehr, was Cloud noch drin hatte. Dann kann es aber auch nicht so wichtig gewesen sein. Nee, so wirklich vermissen tue ich eigentlich nichts. Dann würde ich ihm doch jetzt geben. Dann gebe ich ihm jetzt diese, diese dunklen Künste. Die finde ich nämlich sehr interessant. Eilen wiederbeleben hat er. Mir fällt echt nicht ein, was der noch hatte. So als letztes. Red stimmt jetzt auf jeden Fall wieder. Das sieht sehr gut aus bei dem. Cloud hat auch so einen ATB-Schock. Das passt auch. Und Aerith ist auch okay. Ja. Irgendeine Sache fehlt mir noch auf Cloud. Mir fällt aber nicht ein, welche das war. Es kann sein, dass ich auf ihm noch... Hatte ich auf ihm vielleicht gestärkte Attacke? Das kann sein. 특 нас! Für mich wo ich gerade wieder. Aber auch in mir sein, ob ich mich noch〜. Ich schaue es nicht. Ich schäge es. Ich schaue Angst, wenn du zu few noch was und ich keine. Ich schaue wetige dich, die vor. Gewitter könnte ich ihm geben, Toxin und Gestein könnte ich ihm geben. Äh, warum ist das eigentlich nicht bei Tieferton? Wenn sie sowieso Widerstand hat, what the fuck, das ist ja viel besser. Dann hat sie damit Widerstand gegen Gift, Versteinerung und Stein. Das ist ja, das ist ja weitaus optimaler. Ganz ehrlich, dann scheiß bei ihr auf den TP-Boost, dann kriegt sie noch Geschwindigkeit. Und dann kann er von mir aus noch den, äh, den anderen TP-Booster dazu bekommen. Geringer ATB-Boost nach drei verschiedenen Kommandos. Für Gefährten nach zwei gleichen Kommandos. Das hier ist ganz nice. ATB-Kooperation. Das mache ich ihm rein, weil ich ihn ja hauptsächlich spiele. Dann kann ich quasi einfach meine Abilities spammen. Und jedes Mal, wenn ich zweimal hintereinander die gleiche benutze, dann kriegen die anderen ATB aufgefüllt. So, das ist cool, das ist cool. Okay, das ist unser neues Setup, würde ich sagen. Dann gucken wir jetzt nur nochmal, was Odin eigentlich so bringt. Odin. Extreme Stärke und physische Attacke. Das schreit doch förmlich. Nach genau der Frau, die ihn bezwungen hat. Okay, passt hier. So, und jetzt ist frei Kujata. Das hat auch physische Attacke. Schlechter als Bahamut. Die will es auf jeden Fall nicht. Ihm ist es, glaube ich, auch lieber mit Titan. Ah, sie hat noch Leviathan. Vielleicht gebe ich ihr dann Kujata. Jo, okay. Da haben wir es doch, okay. Jetzt hat nur noch ein einziger, so eine Einsternbeschwörung, nämlich unser guter alter Kate. So. Mystische Krone. Dunkelritter. Let's go. Junge. 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 Das ziehe ich dem Schokoball direkt an. I know the sage is a bit of a handful, but stick with it, okay? Jetzt kriegt Selina noch neues Outfit hier. Yo Edgy Ultra Edgy Edgelord 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 Materialismus Okay Elixier Immer gut Gut, also für den sollen wir diese Federn noch sammeln. Es kommt mir jetzt vor, als wäre es Ewigkeiten her, dass wir mit denen gesprochen haben, weil der Kampf so lange gedauert hat. Hey, seitdem du in der Nähe bist, gib mir den Kugel. Wer ist dieser Sam-Gang? Big Shot im Wall-Market. Aha, also er muss sich ziemlich dumm sein. Ich weiß nicht. Für den A-Businessen, er hat mich nicht als ein totaler Scheiß. Interessant. Vielleicht sind deine Werte nicht genug genug, um ihn zu sehen. Das muss ich sein. Oh, wenn ich dich nur noch mehr gefunden habe, könnte ich dich von deinen eigenen Gull-Ability haben. Erste Jagd oder neuer Turm? Neuer Turm. Nibelheim ist nicht weit entfernt. Erstmal zurück, Sisi. Ja. Talisman des Weltenbombs? Oh, shit. Weltenbombs? Weltenbombs? Good news, Cloud. That Lifespring yielded information on a very rare fiend. The King's Zoo rules the skies of Nibel. And now we know where it roosts. Seeing as this talent terror has been causing trouble for the black robes, I suggest that you clip its wings. The Lonely Island. The Lonely Island. The Lonely Island. Das war's für heute. Cloud, stay close und dann rand sie weg. Ja, ja, so ist das mit den Leuten, ne? Sagen das eine, machen das andere. What the fuck, was ist mit der Stange los? Seht ihr das? What the fuck? Ich glaube, das ist ein kleiner, was ist das überhaupt, Motion Blur Fehler? Was ist das? Was ist das? Sie wissen nicht, was der Titel ist. Ist es nur ich, oder haben die Schimpften in die Qualität gestalten? Ich werde auch bei der Schimpften an dem Anwendung nehmen. Du bist in Shinra-Territory. Hm, da ist Mugri. Ich scheiße erstmal noch auf den. Da, da, da. Äh, irgendwie ist es jetzt nonstop so am Buggen. Kein gutes Zeichen. Oder mir fällt es gerade erst zum ersten Mal auf. Da oben. Da oben. Bui. 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 Ist sehr viele Items hier verkrauben. Das ist ein Schwerpunkt, aber es ist ein Schwerpunkt. Das war's für heute. Oh. So, nicht zu viel ablenken lassen. Hier gibt's noch eine Jagd. Die da. Oh, Wölfe mit zwei. Bestimmt schwach gegen Feuer. Sie sind hochwertig, um zu sagen. In Wahrheit, es gibt viele historien wie die Wölfe auf die Wölfe auf die Wölfe auf die Wölfe. Wir können nie verstehen, dass wir das nicht verstehen können. Ja. Oh. Let's do this. Oh. Nein, das sieht er immer ausbrechen. Oh, jetzt muss ich aber Gas geben, wenn ich den noch schaffen will. Es sind noch zwei. Okay. Ares schmeißt da so ein Feuer rein, 3000 damage auf jeden. Eigentlich würde ich ja gerne auch Odin mal probieren mit Aerith. Aber da müsste man den halt wirklich so umbursten. Schockanfällig und dann einfach umbursten. So in einer Kombo. Der Typ ist immer noch am laufenden. Oder? Ah ne, hier hat er angehalten anscheinend. Dann chill da mal. Chill da mal rum. Ah. 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 Ah! All right! Bring all the monsters. Rare Kubeldon variant detected. Commencing Guidance Protocol! Knows the distinct shape of its upper jaw. That sharp, many-toothed appendage allows it to skewer's prey. The Kubeldon variant is a new one. und dann benutzt ihre Vorlese um den Impaled Neum zu den Mapfen zu bringen Diese Ereignisse Opnivore will beendet in den Quasitissen including Clans, Animals and even Quasit, Beans Depending on what they desire Allow me Nice Basically their appearance and physical abilities stay there While individuals do not pose what you can do Deal with that! Leave it to me! Ready? I got this I'm right here I'm doing it! I'm coming! And catch! Don't catch a cold And catch! Come on! Get up! Still here Can you take over the warrior? I believe in you! Whatever Eat this! Coming at ya! No being in standing against you! Fear me! Why you! Go on! Come! Good to go? Let's do this! Mystery is almost guaranteed now! You're mine! You can still turn this around! Not looking at you! Hmm Hmm Pushin' it! Here goes! You've got this! Alright! My time to die! Gotcha! Why do I get this? Why do I get this? Not really? Why do I get this? Not really? Oh Oh Well done! So perhaps you can polish off those objectives next time? Hmm Well done! Or in spite of your- No! Anyway I'm confident Die Botin des Todes So Ich hätte jetzt aber schon noch gerne Den Abschluss-Bonus hier Vielleicht war es einfach nicht genug Eis Noch mehr Eis Okay Keine Ahnung Keine Ahnung Hey! I'm coming! Depending on what they've devoured reason Don't worry about it Don't worry about it While individuals do not pose much of a threat They can be extremely dangerous I got this I got it! Let's do this I know you can do this! That'll do Now that's the spirit Let's do it Come on! Come on! Sehr Cool Kämpfer haben wir schon fertig Wobei es gibt noch den einen seltenen hier Komm dann machen wir den auch noch schneller Den ist gut Aber Giacke Was Wie schlimm kann der schon sein. Okay. Blitz. 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 Flügelschlag. Flügelschlag. Das ist echt ein Pokémon. Flügelschlag. 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 Oh no! What do I do? Go on! Take the lead! Here goes! How shocking! Now comes Abgesang, okay? A bonus! Help a girl out! Making the green drink, am I right? Yeah... That's just doof! Okay, geschafft. Let's do this. Take the lead. My turn. Try this. Come on. Here we go. Let's battle too. No. It's fine. I'm okay. Here we go. You've got this under control. And now's our chance. I'll take care of this. It's your turn now. The hunt is over. One more. Get him. Done. Done. Nice. So, damit sind auf jeden Fall schon mal die Kampfaufträge alle gepführt, hier in Nibelheim. Beziehungsweise Nibel, die Region Nibel. The skies are clear once more. Those robed folks must be breathing a collective sigh of relief. So, das wäre was nächstes drin. Weil ich glaube, genau, wir sind ja auch schon wieder leider hier am Limit der Zeit angelangt, liebe Freunde. Wir suchen uns mal eine gute Position, um hier zu beenden. Die Zeit vergeht immer so schnell, man. Vor allem, wenn man irgend sowas wie Odin bekämpft. Dann braucht er irgendwie gefühlt fünf Stunden für. Sehr. Na dann. Ihr Lieben. Das war es dann mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu stressig mit dem Odin-Fight. Aber ich habe es sehr genossen. Auch, weil ich teilweise sehr frustriert war, natürlich. Ähm, so. Wer ist denn heute noch unterwegs alles? Du, 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 du. Du, du, du. Ja, guck mal, da sind auf jeden Fall noch ein paar. Ich weiß, wen wir raiden. Da habt ihr mir letztens auch ein schönes Emote gezeigt. Eine Dame, mit der ich schon Banken ausgeraubt habe. Die raiden wir. So. Ja, Leute. Vielen Dank erneut, dass ihr dabei wart. War chillig, das freut mich. Trotz Odin, war trotzdem chillig? Okay. Dann ist ja alles gut. Da muss ich mir ja keine Sorgen machen. Nee, vielen Dank, dass ihr wieder da wart. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm. Morgen. Mal gucken. Was steht denn Morgen an? Jo. Morgen müsste eigentlich auch noch drin sein. Karfreitag, I know. Aber, ähm, wahrscheinlich komme ich trotzdem ein bisschen zum Stream. Äh, mal gucken, wie lange. Wahrscheinlich nicht so lange wie heute auf jeden Fall, aber wäre schon lustig auf jeden Fall. Würde sagen, da kriegen wir auf jeden Fall auch noch die, äh, die Nibel-Region hier wahrscheinlich fertig. Und können dann vielleicht auch mal direkt Story-mäßig gucken, was so in Nibelheim abgeht. Wird bestimmt auch interessant. Wahrscheinlich kommt Vincent dann irgendwann, weil da ist ja die Shinra-Villa und Vincent ist in der Shinra-Villa. Und ich bin mal gespannt. Ich, ich bin gespannt, ja. Aber sehr coole Region, sehr chillig irgendwie mit dem Wasser und ich mag den Chocobo, der jetzt verdammt geil aussieht mit der Rüstung. Richtig cool. Sehr. Liebe Freunde, und zwar Raiden Veer, die liebe Louis Legend, die macht gerade, glaube ich, so ein, ein Osterspecial, ein Osterspezial. Spielt gerade Marbles und Stream, vielleicht könnt ihr ja auch da rein. Aber jo, das machen wir. Äh, vielen, vielen Dank fürs Zugucken erneut. Und, ähm, ich sehe euch dann wahrscheinlich morgen. Habt eine gute Nacht. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Danke fürs Dasein, Leute. Danke für die Unterstützung. Auf Wiedersehen. Danke fürs Dasein, Leute. Danke fürs Dasein, Leute. Danke fürs Dasein. Danke fürs Dasein. Danke fürs Dasein. Danke fürs Dasein.